Was ist das Magazin Royale? Ah ja, genau, der da. Ja, hallo, willkommen zurück. Alicia Joe heute, wie das Magazin Royale den ganz blöden Menschen in die Karten spielt. Ich traue mich noch nicht, das auszusprechen, aber wir schauen rein in die neue Alicia-Joe-Reaction. Du hattest recht, jetzt wo ich den Adblock aus habe, ist das alles viel schneller. Ein Wartung. Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, haben Sie auch dieses ungute Gefühl? YouTube macht einfach einem das Leben zur Hölle, wenn man den Adblock aktiviert hat. Und ich wollte das nicht mehr, ich habe ihn unabsichtlich aktiviert, weil ich habe sowieso YouTube-Premium. Dass sich dieses Land immer mehr spaltet, sind sie links, sind sie rechts, dazwischen gibt es nichts. Egal wie knifflig die Fragestellung oder wie absurd die Option, man darf keine Zwischentöne anschlagen. Man muss sich heutzutage für eins entscheiden. Wärst du lieber die Kellerassel von Josef Fritzl oder der Ohrwurm von Niki Lauda? Ja, Kellerassel von Josef Fritzl, ich glaube, da ist mehr Action als in... Gottes Willen, Junge. Ja, meine Damen und Herren, der Witzbolts, der hier so herzhaft über die Action in Josef Fritzls Keller lacht, das ist TV-Satiriker und Teilzeitjournalist Jan Böhmermann. Und einer seiner Lieblingsbeschäftigungen ist es in den letzten Monaten Nazis und die, die es noch werden könnten, in der Gesellschaft zu identifizieren und... Was geht denn jetzt ab? Was ist das für eine Lisa-Joe-Video? Was? ...an den Pranger zu stellen. Ein YouTuber, let's... Was? ...player hier, Montana Black-Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore... Noch, noch weiter rechts stehende, da ist Montana Black. ...von Neonazisten... ...am Jahr gespendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Dankeschön. Nochmal ganz kurz, nochmal ganz kurz, falls ich es nicht verstanden habe. ...Black-Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore-Neonazis... ...Nazis lesen und Nazis lesen. Emma, Elon Musk ist ein Nazi-Magnet. Wenn die Bauern gerade nicht auf ihren Höfen sind, wer zeigt dann klare Kante gegen Nazis auf dem Land? Achso, nee, die sitzen ja mit auf dem Trecker. Nazis! Was machen die eigentlich zurzeit so? Also, also im Homeoffice Drohbriefe an Anwältinnen verschicken? Nee, Moment. Das sind keine Nazis, das sind Polizisten. Obwohl, manchmal sind die Übergänge ja fließend. Deutschland ist wie eine Schachtel Pralinen. Überwiegend braun. Der Nazi-Magnat ist ein Nazi-Magnet. Im Grunde kann man sagen, wenn sie Gold gut finden oder Gold besitzen, sind sie ein Nazi mit Substanz. Und diese Substanz heißt Gold. Brun, das ist das wildeste Video ever von Alicia Joe. Das muss ich mir auch abspeichern, einfach den Übergang. Oh, verdammt. Tja, Gold. Also, das Problem nochmal, es ist relativ einfach erklärt. Ich bin kein Nazi, tatsächlich. Jan Böhmermann, hallo, falls du das siehst, lieber Jan. Ich bin ein normaler Mensch, ein normaler Bürger, der auf die Straße geht und protestiert für weniger Kamele in Nordafrika. Genau, und das Ding ist halt, wenn du die ganze Zeit mit dem Begriff um dich wirfst, dann ist es erstens extrem überspitzt, wirklich extrem überspitzt. Also, wenn du von tatsächlichen Nazis redest, dann sind das halt wirklich die so gut wie radikalsten Menschen, die du halt finden wirst in dem Land. Also, natürlich, da gibt es ... Bistnodespende drei Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, dankeschön. Da gibt es alle möglichen Fraktionen von Menschen, die irgendwelchen Ideologien folgen, die nicht gerade super doll sind. Hier Alpha-Kevin-Anhänger und so was. Na, weil jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt einfach ein Problem, oder es besteht einfach ein Problem dabei, wenn du das normalisierst, dass so alle möglichen Menschen, wie jetzt zum Beispiel ... Ich meine, hier hat das wahrscheinlich als Joke gemacht mit dem Gold und so was, aber Menschen wie Bauern einfach. Bauern oder halt hier, haha, viele Polizisten oder haha, viele, keine Ahnung, Leute, die, pff, wahnsinnig, ZDF-Magazin Royale schauen oder sonst was. Was machst du denn dann? Was machst du denn so? Wenn ich jetzt einfach sag so, ja, Leute, die ZDF-Magazin Royale schauen, das sind Nazis. Was machst du dann? Wie willst du ... Was willst du mit der Information anfangen? Das ist erstens so extrem vague, diese Aussage, und zweitens nimmt das so viel weg von den tatsächlichen Leuten, die tatsächlich der Überzeugung sind, dass es solche Sachen wie den ... Die den Chaos zum Beispiel nicht gegeben hat oder dass es eine gute Sache war oder dass wir jetzt wieder so einen Anführer brauchen wie damals und so was. Es gibt wirklich crazy Leute, die hier unterwegs sind und ich weiß nicht, wie gut ich das heißen kann, wenn man das halt so ein bisschen verschwemmt. Vorhin noch, Amjahir hat geschrieben, für ein Holy-Tattoo 5 Euro. Elisabeth hat 15 Euro gespendet, weil du so eine coole Socke bist, danke dir. Und Biestbund hat gerade eben nochmal geschrieben, Böhmermann ist so ein Hampelmann, wirklich. Aber Jan ist eh ziemlich rechts Scheinbär. Oh mein Gott, bist so ein Trottel. Gold hat Jan Böhmermann so richtig gefressen. Schauen Sie mal, in diesem 23-minütigen Video hier zog Böhmermann so richtig über Gold her und gab am Ende sogar explizite Anlagetipps. Darum, meine Damen und Herren, investieren Sie in Freundschaft und nicht in Gold. Investieren Sie nicht in Gold. Investieren Sie nicht in... Meine Damen und Herren, das erinnert mich doch an was. Wissen Sie, wer kurz vor dem Zweiten Weltkrieg auch nicht wollte, dass Privatpersonen in Gold investieren? Diese Person hier. Und nee, das ist nicht Alice Weidel, der man das letzte Schnitzel vom Buffet geklaut hat. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen. Gott sei Dank. Niemand geht an meinen Schnitzel. Das ist Hermann Göring, ein waschechter Nazi, der 1936 eine... Nee, nee, das sieht mir nicht aus wie ein Bauer. Hä? ...Ablieferungspflicht für Gold in Kraft setzte. Aber, also, Jan Böhmermann will nicht, dass wir in Gold investieren, Hermann Göring. Also, aber Jan Böhmermann ist doch kein... Also, der bekämpft doch die, die Nazis sind. Jan Böhmermann würde sich doch niemals abfällig oder mit rassistisch konnotierten Begriffen gegenüber anderen Kulturen oder Ethnizitäten äußern. Wir haben Tischfeuerwerke, wir können Negerkuss essen. Sag mal Negerkuss bei Ihnen bei den Grünen oder... Sind Sie pro oder kontra Neger in Pipi Langstrumpf? Ich frage mich, wie soll man denn Humor machen, wenn überall so Tretminen liegen, mit so Tabuthemen, die man nicht anfassen darf. Und natürlich darf man auch Neger sagen und man darf auch Zigeuner sagen. Natürlich darf man das sagen. Dieses Aussortieren und Aussieben von Sprache. Das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Naja, aber zumindest, wenn es um Juden geht, dann weiß Böhmermann ja, wann Schluss ist mit dem Humor. Apropos Türke. Hier ist ein Jude, Oliver Polak. Ja, gib Gas, wir haben nicht viel Zeit. Ja, sehr witzig, Klaas. Ja, jetzt geh aber auch. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt auch, jetzt reicht es. Einmal gibt man dir eine Chance, dann wirkt es aus. Verpiss dich! Sag mal, kann man das eigentlich kriegen? Habt ihr ihm die Hand gegeben? Ich hab den mal am Arm, ich hab den so kurz am Arm. Ekelhaft! Ein paar belegte Brötchen holen, mal ein paar Flaschen Wasser, Cola, vielleicht ein Bier oder so. Und ich war dann so, der war so angsteinflößend. Hast du gemacht? Ja, das ist eine gute Art und Weise, sich direkt eine gute Karte zu verschaffen bei Serdar. Ja, und das war dann sehr lustig, als er dann, war den ganzen Abend da, hat es gar nicht gecheckt, dass ich Künstler bin. Und dann bin ich aufgetreten, kam nach dem Auftritt, er so, oh, ey Mensch, das tut mir voll, ey. Boah, Digga, was macht Fresh Thor, genau? Nicht weichlich, total. Na gut. Na, ist schon unangenehm. Ist schon unangenehm, sag ich euch ehrlich. Ja, wenn das so seinen Humor, ich wusste nicht, dass Jan Böhmermann so einen heftigen, so einen heftig dunklen Humor hat, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Also ich finde, das ist auch einer von meinen Favorite Jokes. Jude, das ist schon heftig und so. Ja, das ist einer von meinen Top 10 Jokes. Vor allem, der hittet richtig krank, wenn man den so zwölf mehr hintereinander macht. Dann hittet er richtig krank. Aber ja, das ist halt ewig her. Ja, ist doch trotzdem unangenehm. Also ich verstehe jetzt nicht, wo bei diesen Clips die Satire oder die Metaebene sein soll. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt schon über ... Humor ist das nicht mehr? Hä? Soll das noch mal machen? Dann findest du es vielleicht ... ... überlegen, Ihren Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, weil Sie so jemanden nicht mit Ihrer GEZ unterstützen wollen, dann kann ich Sie aufklären. Die GEZ zahlen Sie auch, wenn Sie keinen Fernseher haben. Aber mal ganz ehrlich. Jan Böhmermann und ... Das ist eine ganz andere Alicia Joe in dem Video. Das wage ich jetzt mal zu behaupten. Ist nicht schlecht. Ist ziemlich sicher kein Nazi. Ganz wichtig. Er hat sich in den letzten Jahren schon mehrfach von seinem Vergangenheits-Ich distanziert beziehungsweise darüber geredet, wie er sich weiterentwickelt hat. Außerdem könnte man mancher seiner Fehltritte auch mit schwarzem Humor oder der fehlenden Sensibilität, die viele von uns in den 2000 ... Bispo, danke dir. Bispo, danke dir. Bispo, die spendet drei Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, schon, es ist eine Sache, wenn du ... Bispo schreibt, er nennt jeden Nazi, aber verhält sich selbst wie die Axt im Wald. Der macht mich so sauer, wirklich. Aber kuss sie an die Österreicher, die er immer basht. Okay. Danke dir für die drei Euro. Ich finde das halt irgendwie blöd, wenn du ... Es ist ja gut und schön. Er hat sich halt längst dafür entschuldigt von diesen Aussagen distanziert, also warum 15 Jahre alte Clips ausbringen. Ich verstehe halt nicht ganz. Ist jetzt seine Meinung auch so anders, was diese ... Cancel-Culture oder so Meinungskultur quasi so ... Das, was er vorhin gesagt hat mit Yo, jetzt darfst du nichts mehr sagen, jetzt darfst du nichts mehr sagen, sondern du musst dich nur noch konform dem benehmen, wie die andere Leute wollen, wie du dich benimmst und sowas. Das ist halt dann die Frage. Ich weiß nicht, ich kann das nicht abschätzen. Vielleicht ist es in Zukunft, in 10, 15 Jahren werden die Sachen, die ich jetzt sage, wenn ich jetzt das Wort, keine Ahnung, Luftballon aufblasen sage, wenn ich diese zwei Wörter nebeneinander sage, dann ist es einfach richtig, richtig schlecht. Achso, wie hast du Cancel-Culture gemacht? Ja, ich schaue mir das ehrlich gesagt nicht an. Also jetzt nicht, weil ich Jan-Bömer-Mark nicht mag. Jan-Bömer-Mark nicht mag oder sonst was, sondern ich schaue es mir einfach nicht an. Ist nicht mein Case. Vielleicht ist es dann auch immer kontrovers oder sowas, aber ich sage mal ... 10er Jahren noch hatten, erklären. Ich will hier heute in meiner Show niemanden als Nazi framen. Ich wollte euch im vorherigen Abschnitt lediglich mal aufzeigen, wie einfach das geht, wenn man es drauf anlegt. Meine Damen und Herren, und ich glaube, dieses Damen und Herren, das spare ich mir ab jetzt mal. Ich möchte im heutigen Video einfach mal ein wenig Kritik üben. Das ZDF-Magazin Royale, beziehungsweise früher Neo-Magazin Royale, gehörte nämlich lange zu meinen absoluten Lieblingssendungen. Und ich würde lügen, wenn ich nicht auch einräumen würde, dass mit Sicherheit Jan Böhmermann in seiner Rolle als Moderator dieser Show mich auch irgendwie in Teilen dazu inspiriert hat, das zu tun, was ich hier heute auf YouTube mache. Videos zum Vera-Fake, zur Homöopathie oder zur Klatschpresse haben sich ja nicht nur mich vom Hocker geauen, sondern regelrecht Fernsehgeschichte geschrieben. Und umso schlimmer ist es für mich, dass ich in den letzten Monaten und Jahren in der Moderation, aber auch in dem Format an sich immer mehr Dinge ausfindig mache, die mich irgendwie stören, mir ein ungutes Gefühl geben und mir das Gucken des ZDF-Magazin Royales sogar ein bisschen madig machen. Das beginnt bei kleinen redaktionellen Fehlern, die sich einschleichen, geht über Framing, welches ich bei manchen Folgen vermute, bis hin zu einer Art Spaltung der Gesellschaft, die ich durch einige Aussagen und Handlungen befürchte. Und damit ihr versteht, was ich meine, sollte ich euch das am besten anhand einiger Beispiele aufzeigen. Schaut also bitte bis zum Ende zu, bevor ihr kommentiert, twittert oder euch ein Urteil über dieses Video hier bildet. Ne, ich werde gleich mal twittern. Das ist heute ganz besonders... Neue ist der Lisa-Jo-Video, oh Scheiße. Kapitel 1, falsche Fakten und Fehler. Wir alle machen Fehler. Egal ob Journalist, Satiriker oder YouTuber. Ich selbst schließe mich da nicht aus und setze... Wieso geht es bei den ganzen Meinungsbloggern eigentlich immer nur darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu erzählen, wie scheiße die sind? Wieso umgeben deren Videos immer so viel Negativität und wieso machen die mal keine Meinungsvideos über positive Dinge? Bin den allen entfolgt. Kannst du machen, kannst du machen. Aber erstens bringt das nicht viel Klicks und natürlich kriegt das dann auch wieder so, hey klar, Meinungsblogger, Klicks und sowas. Jeder YouTuber macht die YouTube-Videos wegen den Klicks oder zumindest jeder, der davon lebt. Wenn du nicht davon lebst, dann machst du es nicht unbedingt für die Klicks, dann machst du es halt aus Spaß so. Aber irgendwann mal, wenn du davon lebst und wenn du auch wahrscheinlich gut davon lebst, so wie das vielleicht eine Alicia Jo macht, dann ist es das einzig Sinnvolle, mehr Geld zu erwirtschaften. Und das ist halt einfach Selbstständigkeit. Das ist halt in jedem Beruf genau das Gleiche. Nur in dem Fall ist es halt mehr Klicks, mehr Klicks ist mehr Cash. Und es sind auch die spannenderen Themen. Also natürlich kannst du auch Meinungsblocks über gute oder positive Sachen machen, nur du kannst da erstens nicht so viel anbringen. Ich weiß nicht, was ist eine gute Sache? Eine gute Sache ist, dass Holy neue Geschmäcker rausgebracht hat. So, zack, da kann ich sagen, ja, das ist echt geil und ich freue mich drüber und das ist super und sie schmecken gut und das ist echt sick und sowas. Aber angenommen, Holy wird jetzt einen schlechten Geschmack ausbringen, könnte ich sagen, ja, das ist schlecht und der schmeckt deswegen schlecht, weil da ist das und das drinnen und das ist eine voll dumme Idee. Da hätte man stattdessen das und das reinnehmen können und dies und das und das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass sie jetzt, wenn Neuen im Leaderboard haben und, also das stimmt zwar nicht, aber dies und das und jenes und sowas. Meinungsblocks sind generell recht einfach geschrieben auch beziehungsweise sind sehr interessant. Und das, was du gemacht hast, war ja im Endeffekt auch so ein Mini-Meinungsblock, so, jo, es regt mich auf, dass heute immer negative Sachen und sowas halt besprochen werden. Das ist halt genau das, nur halt in Videoform und das ist halt auch das, was Jan Böhmermann macht und sowas. Es macht Spaß, es gibt einem was zurück, weil du hast eine Meinung zu einem Thema und die möchtest du gerne äußern und Leute hören dir zu, das ist cool und genau, das ist das Geschäft. Ich helse mich auch gerne. Das ist alles hartes Business, eiskaltes, hartes Business. An erster Stelle. Also egal, ob ihr Fan von mir. Aber um fair zu sein, ich glaube, viele positive Punkte werden da auch, zumindest bei den meisten Leuten, angebracht. Oder meinen Videos seid. Hinterfragt auch bitte immer das, was ich euch hier in meinen Videos präsentiere. Naja, besonders blöd sind Fehler allerdings, wenn sie erstens vor großem Publikum gemacht und zweitens weder korrigiert noch eingeordnet werden. Gerade, wenn man eine komplette Redaktion im Hintergrund hat und Rundfunkbeiträge von der Gesellschaft bezieht, ist man es seinem Publikum meines Erachtens schuldig, selbst kleinste Fehler aufzuarbeiten und richtigzustellen. Zumindest dann irgendwo in den Kommentaren. Denn nur so kann Vertrauen in die Medien langfristig gewährleistet werden. Einen solch kleinster Fehler, den ich euch jetzt einfach mal nur rausgepickt habe, damit zwölf Jahre Matheunterricht bei mir nicht komplett umsonst waren, den seht ihr hier in einer ZDF Magazin Royale-Folge über Wikipedia. Wikipedia lebt vom Streit und im Streit gilt, der Klügere gibt nach und verpisst sich lieber. Darum hat sich seit 2007 die Anzahl der Wikipedia-Autorinnen und Autoren fast halbiert, während sich die Zahl der Wikipedia-Artikel vervierfacht hat. Viermal so viel Arbeit mit dem halben Team. Wenig Leute, viel Arbeit, so muss das sein. Das ist halt einfach nicht richtig. Man kann eine Anzahl von Artikeln, die logischerweise über einen Zeitraum von 14 Jahren positiv wächst, nicht in Relation setzen zur Anzahl der Autoren zum Endzeitpunkt dieses Zeitraums. Vor allem, da der Vergleich auch erst 2007 beginnt. natürlich. Ja, ist schwierig, schwierig das zu machen. Ich weiß, was sie meint und ich weiß, was er meint im Sinne von Jo, du hast 100.000 Artikel und dann fünf Jahre später hast du eine Million Artikel. Dann sind es zehnmal mehr Artikel, also demnach zehnmal mehr Arbeit, aber in Wahrheit ist es nicht so, weil wenn du dann quasi neu startest, also du fängst an bei einer Million Artikeln und niemand schreibt irgendeinen neuen Artikel, dann war es das im Endeffekt. Also klar, die alten kann man halt überarbeiten und bearbeiten und so was, das wird wahrscheinlich die meiste Arbeit sein. Ich glaube, die meiste Arbeit bei so Wikipedia-Artikeln und so was sind halt wahrscheinlich bei irgendwelchen Promis oder Events und so was, was dem Promi stirbt und muss innerhalb von zwei Minuten das auf Wikipedia stehen, dass er gestorben ist und so was und wann und wie und warum und wer der Täter ist und so. Na, das wird die größte Arbeit sein. Gab es in den ersten Jahren von Wikipedia-Artikeln. Aber jetzt Wikipedia-Artikel über die die Lampe Kaiser im Studio, die er seit 2021 verwendet, das wird sich nicht großartig erinnern. Wikipedia ein Hype. Es ist fast logisch, dass sich die Zahl der Autoren nach einem anfänglichen Hype reduziert und irgendwann nur noch die Nerds übrig bleiben. Was übrigens, wenn man es anders framet, auch ein Qualitätsmerkmal darstellen könnte. Aber selbst, wenn man anhand dieser Grafik grob abliest und dann ausrechnet, wie viele Artikel pro aktiven User pro Jahr geschrieben wurden, kommt man auf Zahlen, die Böhmermanns These nicht stützen. So habe ich grob überschlagen, dass zwischen 2004 und 2007 im Schnitt 7500 Accounts jährlich hunderte, 56.500 Artikel verfasst haben. Das sind etwa 20 Artikel pro Account pro Jahr. Zwischen 2007 und 2021 sind es jährlich im Schnitt 8000 Accounts, die 151.461 Artikel verfasst haben. Also etwa 19 Artikel pro Account pro Jahr. Wenn ich das jetzt in meiner eigenen Satire-Show umschreiben oder präsentieren wollen würde, könnte ich sogar fast behaupten, die Anzahl der Artikel pro User sind pro Jahr ungefähr gleich geblieben. Aber hätte man es so formuliert, hätte es wahrscheinlich nicht in das restliche Konzept der Sendung gepasst. Ich glaube, die ursprüngliche Aussage von Jan B. Mann ist gar nicht mal so unkorrekt, nur ist wahrscheinlich in der Relation, in der er sie verpacken wollte, ein bisschen zu wenig Leute, viel Arbeit, so muss das sein. Und wem das jetzt alles zu hoch war, weil der Kopf vielleicht schon beim Wort wenig Leute, viel Arbeit, das ist zum Beispiel nur bei dem Mott, bei Kaiser so. Mathematik innerlich abgeschaltet hat. Dem präsentiere ich jetzt einfach mal einen einfacheren Fehler. im Vorgängervideo zum Thema Wikipedia. Jan Rainer Böhmermann ist ein deutscher Satiriker und Fernsehmoderator. Jan Rainer Böhmermann? Momentchen mal ganz kurz. Heißt doch nicht Rainer eigentlich. Ich heiße nicht, ich heiße einfach nur ganz normal Jan Böhmermann. Ohne Rainer. Aber ich meine, wenn es in der Wikipedia steht, seit neun Jahren, dann wird das wohl stimmen. Naja. Das ist auch falsch. Wenn man mit der Wayback Machine auf Jan Böhmermanns Wikipedia-Artikel zugreift, sieht man, dass noch ein Jahr vor Ausstrahlung der Sendung kein zweiter Vorname im Wikipedia-Artikel zu finden war. Das erste Mal tauchte der zweite Vorname Rainer in der Bearbeitungshistorie von Wikipedia. Warum? Warum? Mutmaßlich zweiter Vorname Rainer. Wurde von mir auf Grundlage der genannten Quellen eingefügt. Warum? Warum aus? Hat das irgendwas mit dem Drachen da zu tun? Nee, oder? Am 30. Juli 2018 auf. Ein ominöser David W., dessen Account mittlerweile nicht mehr existiert, hatte diesen mutmaßlichen zweiten Vornamen, ohne komischerweise jemals zuvor den Wikipedia-Artikel von Böhmermann bearbeitet zu haben, eingereicht. Hm. Sass. schon einen Tag Das Rainer wurde eingefügt, als er Imp angegriffen hat, der damals noch Drachenlord Content gemacht hat. Just saying, das ist so funny. Das ist so funny. Das ist so funny. Tag später wurde dieser zweite Vorname aufgrund von Mangeln an Belegen wieder aus dem Wikipedia-Artikel entfernt. Das ist so funny. Da stelle ich doch einfach mal die Frage in den Raum, ob die Magazin-Royal-Redaktion vielleicht sogar selbst versucht hat, diese Falschinformation in der Wikipedia zu platzieren. Ich habe sie diesbezüglich um Stellungnahmen gebeten, aber leider keine Antwort erhalten. Der, einfach den, 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 Strgung F. Ich glaube schon, dass es irgendwas mit dem Drachenlord zu tun hat. Ich glaube nicht, dass das Magazin-Royal das selber gemacht hat. Der zweite Name. Das ist obviously, aber komm, ich lese das. Bruder, ich lese das und ich weiß ja jetzt schon, dass es nie wird. Man hat es dann bis Oktober 2018 doch noch irgendwie in die Wikipedia geschafft. Und das, das kann man natürlich zu Recht kritisieren. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also das wäre dann auch eine zu heftige Anschuldigung, oder was heißt Anschuldigung? Keine Ahnung, das ist zu, zu krass formuliert hier. Eine solche Überdramatisierung von neun Jahren, die da angewaltig diese Falschinformation zu finden war, die, naja, sich mit ein paar Klicks Recherche auch als falsch rausstellt, diese Überdramatisierung, schwächt meines Erachtens einfach nur die ursprünglich valide Kritik enorm. Naja, aber auch das ist ja erstmal zugegeben Haarspalterei. Kleine Fehler, die absolut zu verzeihen wären. Schlimmer sind Fehler wie dieser hier. Natürlich ist es längst wissenschaftlicher Konsens. Es gibt sehr Ich weiß nicht mal, was das sagt und ich bin jetzt schon unsfrieden. Wohl mehr als zwei biologische Geschlechter. Nur weiblich und einfach anhand vom Thema. Männlich ist zu wenig. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. In der Biologie ist das inzwischen anerkannt. Verdammt. Okay, schneiden wir uns an. Nein, ich will nicht. Wir begeben uns auf dünnes Twitter-Eis, aber wir müssen da jetzt mal zusammen durch. Diese Folge zum Thema Hesse gegen Transnissen wurde alleine auf YouTube über 2,3 Millionen Mal geklickt. Mediathek und Fernsehausstrahlung ausgeschlossen. Das größte Problem an dieser Folge ist meines Erachtens, dass hier permanent biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht, also Gender, verwechselt und in einen Topf geschmissen wird. Und damit das vorab einmal klar ist. Ich weiß nicht mal großartig, was der Unterschied ist. Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich werde mich nicht canceln lassen in dem Video. Nicht wegen sowas. Niemand hier leugnet die Existenz von Transpersonen. Oh ja, du, Elisja. Es gibt Menschen, welche sich mit ihrem biologischen Geschlecht, welches sie bei der Geburt erhalten haben, nicht identifizieren. weil sie sich einfach intrinsisch einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Um dieses Dilemma zu lösen und eventuell auch eine Transition durchführen zu können, ist es aber wichtig, biologisches Geschlecht anzuerkennen. Man muss also messen und wissen, welche Chromosomen, welche Sexualhormone oder welche Reproduktionsorgane der jeweilige Mensch hat. Und von diesen biologischen Geschlechtern gibt es grundsätzlich erst mal zwei. Das ist bei ganz vielen Säugetieren genauso gelöst wie bei Menschen. Es braucht ein biologisches Männchen und ein biologisches Weibchen, um sich fortzupflanzen. Nun gibt es, und das ist wichtig, aber auch Abweichungen in der Biologie. Also es kann passieren, dass zum Beispiel eine Person mit XY-Chromosomen geboren wird, aber ohne Hoden, die im Normalfall dabei sind und dementsprechend auch mehr weibliche Sexualhormone etc. ausgeschüttet werden. Solche Abweichungen sind aber äußerst selten und außerdem haben diese Personen, die ja meist unterschiedliche Abweichungen haben und nicht alle irgendwie gleich sind, keine gesonderte Reproduktionsstrategie. Die lassen sich auch nicht in eine Gruppe zusammenfassen. Daher werden die Intersexualitäten von Biologen in den allermeisten Fällen nicht als weitere biologische Geschlechter klassifiziert, sondern eher als physiologische Variationen abseits der beiden Geschlechter gesehen. So zumindest auch von der Biologin Claire Ainsworth, also der Wissenschaftlerin, auf die sich der von Böhmermann zitierte Tagesspiegelartikel ursprünglich bezieht. die hat nämlich auf Twitter Ainsworth Claire Ainsworth Ich lese jeden Tag Tagesspiegel, wenn ich wach bin. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. In your piece sex redefined are you making the claim that there are more than two sexes? Sexes ist dann auch wieder so da gibt es Sex, Gender und noch irgendwas. No, not at all. Two sexes with a continuum of variation in anatomy slash physiology. Genau das gesagt, dass in ihrem Artikel nicht steht, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt. Nein, nein. Ich tue so, als wäre ich nicht die Person, die dieses Video kommentieren sollte. Zwei Geschlechter mit unzähligen anatomischen Variationen. Der Tagesspiegel zitierte hier also schon falsch aus dem originalen Artikel von Ainsworth. Und anstatt sich auf den originalen Artikel zu berufen, zitiert das Magazin Royale die Sekundärquelle, welche den originalen Artikel schon falsch zitiert hat. Und das ist... Okay, aber das ist dann auch einfach dumm. Also dann findest du auch, selbst wenn du sagst, okay, ich suche mir hier einen Artikel raus, der explizit oder irgendeine Biologin raus, die explizit auf die... Also quasi explizit sagt, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt oder mehr als drei biologische Geschlechter. Ich weiß nicht mal, was die Aussage ist. Dann suche ich mir jemanden raus, der das halt konsequent durchzieht und sowas. Und nicht einfach irgendjemanden, der dann ein bisschen switcht oder so. Da ist mir egal, das ist eine gute Frage. Nebenbei gesagt, kein guter Journalismus, aber bei so einem heiklen Thema wie der Debatte um Transidentität meiner Meinung nach auch absolut fahrlässig bis hin zu gefährlich. Denn einfach so trotz sich vor einem Millionenpublikum zu behaupten, es wäre längst wissenschaftlicher Konsens, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gäbe und sich dabei auf eine falsch zitierte Sekundärquelle zu stützen, vereinfacht und vergiftet die Debatte. Hier wäre die Chance da gewesen, mal ganz sauber für eine große Zuschauerschaft den Unterschied zwischen Sex und Gender, also zwischen biologischem Geschlecht und sozialer Geschlechtsidentität zu erläutern. Und mit Hilfe von Wissenschaft auch darzustellen, warum es Personen gibt, die sich im falschen Körper geboren fühlen, was Intersexualität ist oder warum es in diesem Spektrum auch einfach Menschen gibt, die sich nicht mit ihrer sozialen Geschlechterrolle identifizieren können. Stattdessen wird mit falschen oder nicht gekennzeichneten Quellen und Beschimpfungen um sich geworfen. Wo sind wir hier? Zu einer Würde ist die sexuell erregend, wenn sie sich vorstellt, mit einem Tier Sex zu haben. Schreib mal eins in den Chat. Haben sie sexuelle Wünsche nach Personen unter 16? Gottes Willen, was ist das für ein Fragebogen? Erregt sie es, wenn sie mit bestimmten Klangstücken Sex praktizieren würden? Weil wir wissen, dass sie ganz sicher keinen Geschlechtsverkehr haben. Würde es sich sexuell erregnen, wenn sie sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit ausüben würden, fühlen sie sich in einer Fantasie von, oh Gott, das will sind das geworfen. Gucken sie einfach mal Turfs. Nicht zu verwechseln mit Turfs, das ist Englisch für Scheißerhaufen. Wobei, obwohl, können sie eigentlich ruhig verwechseln. Und das gibt meiner Ansicht nach den Populisten auf der anderen Seite einfach nur gutes Futter. Herzlichen Glückwunsch. Denn jetzt kann man sich ja wieder drüber aufregen, über die Medien, die sich ihre Quellen so drehen und legen, wie sie sie brauchen. Weil, ja, das in diesem Moment ja auch tatsächlich so passiert ist. Hinzu kommen noch viele weitere Faktoren. Zum Beispiel, Ich glaube nicht, dass es, ähm, weder der Tagesspiegel noch Magazin Royale falsch zitiert haben, sondern, dass es an der Übersetzung des Deutschen liegt. Im Englischen ist es klar ein Unterschied mit Sex und Gender. Ja, safe. Und in Deutschen wird beides meistens mit Geschlecht ohne Zusätze übersetzt. Ich glaube, das ist das Problem. Das könnte wirklich das Problem sein. Weil ich weiß, dass, äh, bei Sex geht es halt wirklich, also eben um das biologische Geschlecht, ne? Hast du ein Ding Dong oder hast du Kans und bei, bei Gender, äh, ist dein, wie hat sie gesagt, das andere, das andere, ähm, dein, dein mentales Geschlecht, Bruder, ich bin so schlecht in der ganzen Sache. Dass wir das in diesem Video permanent, persönlich, Hätten wir wieder Meinungsberaten gestartet, ja, einfaches Spiel. Die Teilzeitentfaltung mit Geschlechtsidentität oder Geschlechtseintrag im Ausweis verwechselt wird. Bis heute entscheiden in Deutschland Gerichte darüber, ob Transmenschen ihre Persönlichkeit frei entfalten dürfen oder nicht. Was in meinen Augen ebenfalls dafür sorgt, dass die Debatte absolut unscharf wird. Und dann kommt noch hinzu, dass Bundes... Ja, das hätte ich jetzt aber auch nicht so gesehen. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, die das Selbstbestimmungsgesetz Lisa Paus sehr stark mit auf den Weg gebracht hat, in dieser Magazin Royale-Folge ziemlich positiv erwähnt wird. Nicht nur das, sie bekommt auch 15 Sekunden ununterbrochene Sendezeit und wird alles in allem sehr stark gelobt. Was ja grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Man kann dieses Selbstbestimmungsgesetz gut finden und auch dem Publikum erklären, was daran positiv ist. Allerdings macht sich das nicht so gut, wenn genau diese Bundesministerin Lisa Paus zwei Monate vor Ausstrahlung der Folge Mitglied im ZDF-Fernsehrat wurde. Also come on, muss man es den Verschwörungstheoretikern so leicht machen? Und können wir bitte an dieser Stelle generell mal drüber reden, wie es sein kann, dass im Fernsehrat des ZDFs, was ja wirklich ein sehr ausgewähltes Gremium ist, auch ein machtreiches Gremium, wie wir gesehen haben, als die Satanismus-Folge verboten wurde vom Fernsehrat, aber ja, des ZDF selbst, die Folge eigentlich nicht. Ich glaube, da ist halt mehr so das Ding, okay, die huckt jetzt irgendwo im Rad vom ZDF und wenn die sagen, naja, die machen da gerade im Hintergrund das Skript und die läuft vorbei, ah, wir machen gerade das Skript über das Selbstbestimmungsgesetz und die so, ah, naja, sicher, ich bin ja da drinnen vorgekommen und sowas. Was für ein geschwurbeltes Video ist so trash. Wir schauen uns trotzdem weiter. Was soll ich jetzt sagen? Ja, genau, und dann natürlich wird man halt so ein bisschen Eigenlob und sowas damit reinnehmen und sowas. Was macht die da jetzt beim ZDF? Die ist jetzt fix angestimmt beim ZDF oder ist sie immer noch quasi politisch aktiv, aber ja, I don't know, I don't know. Runternehmen wollte. Ist dann eigentlich logisch, na, ist eigentlich logisch, aber schöner wird es natürlich, hat sich schon recht, schöner wird es rüberkommen, wenn es eine andere Person ist, die nicht mit ZDF quasi so in Verbindung steht. Groß, egal, wichtiges. Und wie gesagt, da gibt es genug Leute, da gibt es sicher genug Leute, die genau das, der andere Typ, der da daneben gestanden ist, der hat auch einen tollen Zettel in die Luft gehalten, der hat da sicher auch tolle Sachen gemacht, doch mal hat man nicht über den geredet. Spremium. Wie kann es sein, dass da Menschen aus der Bundesregierung drin sitzen? Also, vielleicht verstehe ich das nicht, vielleicht ist mein Gehirn zu klein, keine Ahnung, aber zahlen wir nicht GZ, damit die Medien unabhängig sind vom Staat? Also, und es ist ja nicht nur die Bundesfamilienministerin, sondern es sind ja auch andere, ja, Minister aus den Ländern, jetzt nicht unbedingt aus dem Buch. Ich weiß nicht, wer er ist, aber er schaut unfassbar wichtig aus. Er schaut auch extrem wichtig aus. Wer schaut denn unwichtig aus? Er. Renan Luca, der schaut aus wie irgendein Praktikant. Gott, jetzt fühle ich mich schlecht, Vorstandsmitglied des Lesben und Schwulenverbandes. Kann bei dir nicht auch einfach Juris stehen? Wunderbar. Wunderbar. Meine Fresse. Die in der Politik sind, was die einzelnen Bundesländer betrifft. Ich check das nicht, also ich verstehe es nicht. Eisenreich, Georg. wenn es mir jemand erklären kann, erklärt es mir, I don't get it. Aber zurück zu der Folge. Auch wenn das ZDF-Magazin Royal mit Sicherheit die besten Intentionen hatte, mit genau dieser Sendung Transpersonen zu schützen, könnten sie durch solche Fähigkeiten... Ich kenne Heiko Maas nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe nichts mit Deutschland zu tun. Fehler und komischen Zufälle genau diesen Personen einen erheblichen Bärendienst erwiesen haben. Und das sehen übrigens einige Transpersonen in den Medien genau so. Ich verlinke euch hier mal einen Artikel von Till Randolph-Amelung und außerdem noch einen Videokommentar von Persia X in der Beschreibung. Vielleicht sehen andere Transmenschen das auch anders, was zu einem generellen Problem führt, was ich ja immer wieder in meinen Videos verspreche. Man kann nicht einfach nur betroffene Fragen. Auch Betroffene sind einfach ganz normale, individuelle Menschen und keine irgendwie abgekapselte Personengruppe. Und individuelle Menschen haben zu unterschiedlichsten Themen individuelle Meinungen. So zum Beispiel auch zum Selbstbestimmungsgesetz. Dass das einmal an der Stelle auch gesagt ist. Kapitel 2 Framing. Bevor wir uns in Einzelheiten verlieren, möchte ich im Folgenden einfach mal ein Fallbeispiel durchdiskutieren. Denn nicht immer oder fast sogar in den meisten Fällen sind es irgendwie einzelne Fehler, die mich in einer Folge ZDF Magazin Royale stören. Häufig ist es auch das Weglassen von zusätzlichen Informationen oder das moralische Einfärben von Fakten. Und natürlich, Disclaimer, ich weiß, es ist auch eine Satiresendung und eine Satiresendung darf auch eingefärbt und meinungsstark sein. Allerdings steht das Magazin Royale auch schon seit Jahren für mehr als Satire. Zum Beispiel für Investigativjournalismus und die Aufklärung und Aufdeckung von Skandalen in Politik und Wirtschaft. Und mit dieser Größe und Einflussnahme kommt für mich auch eine gewisse Verantwortung. Neutralität sollte zumindest insofern geleistet werden, als dass man allen gegenüber gleichkritisch ist. Egal ob Mann oder Frau, egal ob Politiker A oder Politiker B, egal ob Freund oder Feind. Kommen wir also zum Thema Framing. Nehmen wir dafür einfach mal eine der neuesten Folgen, die auch eher ein harmloses und weniger kontroverses Thema darstellt. Erstens, danke. Zweitens, ich frage mich wirklich, wie das halt ist. Wer da die Skripte quasi abgibt, das wird ein Team sein. Das wird ein Team sein von Leuten, weil das ist im Endeffekt eine Live-Show, die ihr macht und die dann nochmal hochgeladen wird oder ist es generell oder ist es mit so Sound-Effekten so haha, wir machen eine Live-Show. Und laden das dann hoch. Ich denke, dass das so ein bisschen ist wie bei jeder anderen solchen, also Show in dem Format hier. Nicht Jamie Oliver, wer heißt der? Der andere Oliver, der, keine Ahnung, Live-Show. Na, wie heißt denn der Trottel? Ja, oh ja, Jamie Oliver. Na, Jamie Oliver ist der Koch. Ach, ihr wisst, wen ich meine. John Oliver, John Oliver. Genau sowas weit. da sitzt ja auch ein Team von Leuten dahinter und schreibt das Skript und die sind sich alle ungefähr halt einig, was sie so machen oder bei Oliver Pocher von mir aus und die kommen dann auf einen Nenner. Ich denke mir, wenn, also Jan Böhmermann ist quasi dann nur so das Aushängeschild. Jan Böhmermann ist der, der dir bei Stille Post quasi das letzte Mal was ins Ohr flüstert, aber wenn du halt dann sauer auf die Message bist, dann bist du nicht wirklich sauer auf Jan Böhmermann direkt, sondern halt eher auf den ursprünglichen Sender. Es ist nur die Frage, wer das ist und wie viele Leute da dahinter stecken und wie viel von Jan Böhmermann halt auch wirklich in der Sendung drinnen steckt. Weil ich sage dir ganz ehrlich, ich würde ja auch Sachen erzählen, ich würde ja auch Sachen erzählen, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, das ist irgendein Blödsinn hier über Wikipedia oder sowas angenommen, das ist falsch und es juckt mich nicht, dann sage ich das auch einfach so, wenn ich da meine, ich weiß nicht, wie viel der kassieren wird im Jahr. Wahrscheinlich ein paar Millionen, keine Ahnung, der Typ muss ja ultra weg sein. In der allerletzte Safe Space für Männer in Deutschland, die Ehe, geht es um genau das, Kritik an der Ehe. Was erstmal vollkommen berechtigt ist, also ich glaube, ich wäre die erste Person, die sehr viel Kritik am Konzept Ehe hätte, allerdings vermutlich aus anderen Gründen, als Jan Böhmermann es in dieser Sendung hat. Ehe ist sehr kompliziert, aber Ehe bringt, soweit ich weiß, steuerliche Vorteile, was schon mal super ist, aber seid nicht zu dumm oder beziehungsweise seid nicht zu scheu einen Ehevertrag oder mit eurem Partner quasi abzuschließen. Ich finde, das ist überhaupt nicht dämlich, weil ohne Spaß, du heiratest ja meistens so in deinen, ich sage jetzt mal, 20ern, 30ern, vielleicht auch 40ern oder noch älter, aber ist ja egal, in den meisten Fällen hast du noch ein relativ langes Leben vor dir und du weißt nie, Bruder, was ist in 60 Jahren? Bist du dann immer noch mit deiner zukünftigen Frau zusammen oder nicht und hast du dann Probleme, finanzielle Probleme vielleicht, weil du dir gedacht hast, naja, würde eh alles hinhauen und sowas, was ich schon mitbekommen habe. Schau dir mal, Ehe für höhere Steuerklasse, schau dir mal an, wie viele Leute geschieden sind und wie viele auch, by the way, von denen Leuten, die sich scheiden lassen wollen, würden, sich gar nicht erst scheiden lassen können, weil es sich finanziell nicht auszahlt oder weil es einfach ein zu großer Druck ist oder so, na, einfach schade, einfach schade. Von der Ehe, wie sie in Deutschland geregelt ist, profitieren hauptsächlich gut verdiente, heterosexuelle, Achtung, Cis-Männer. Wer wenig Geld verdient oder eine Frau ist oder gar queer, der hat Pech gehabt und das ist Absicht. Denn in dieser Sendung wird die Ehe... Schauen wir mal, ich weiß nicht, worauf er hinaus will, aber das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn du in eine Ehe eingehst, dass es dann heißt, ja, passt, sind sie weiß, sind sie hetero und sind sie Cis-Mann, ja, dann zahlen sie jetzt fünf Prozent weniger Steuern. Gratuliere. die Ehe meiner Auffassung nach sehr stark als patriarchales System, welches nur Vorteile für den Mann und Nachteile für die Frau hat. Ich denke, das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass er sagen wird, okay, im Schnitt verdient der weiße Cis-Mann mehr als die weiße Cis-Frau und wenn du steuerliche Vorteile bekommst, dann profitierst du als Mann mehr davon, weil wenn du mehr Geld verdienst, dann zahlst du mehr Steuern und wenn du mehr Steuern sparen kannst, dann bekommst du wieder mehr Geld zurück. Ja, okay, lass mal Steuern senken. Nee, weil davon profitieren weiße Cis-Männer am meisten. The fuck. Ja, okay, dann lass halt nicht machen. Framed. Zum Beispiel hier, als es ums Ehegattensplitting geht. Ey, Babe, ich denke an dich, Ehegattensplitting, aber rein rechnerisch wäre es für uns beide besser, wenn du als meine Ehefrau gar nicht erst anfängst, eigenes Geld zu verdienen. Aber Deutschland ist ein modernes Land. Wir haben Gleichberechtigung und es gibt natürlich Möglichkeiten, wie meine zukünftige Ehefrau arbeiten gehen kann und ich trotzdem ordentlich Geld spare. Selina kann einfach einen Minijob machen. Das ist zum Beispiel stark geframed. Das wäre genauso, als ob ich sage, ja ey, also in Deutschland, da lohnt es sich rein rechnerisch, überhaupt nicht viel Geld zu verdienen, weil dann zahlt man ja mehr Steuern. Ja, also rein rechnerisch, da wäre es für dich besser, wenn du dein Leben lang auf Minijobbasis arbeitest und auch wirklich nur das, weil da sparst du ja mehr. Ja, es ist halt, okay, also es gibt keinen expliziten Faktor, der sagt, ja okay, auf Männer trifft das zu. Das ist halt dann nur beim besser verdienenden, oder? Beim besser verdienenden Part. Wenn die Frau mehr verdient, dann kann die Frau ja auch mehr Steuern sparen und sowas. Das ist dann einfach dämlich, wenn du sagst, ja okay, mein Partner geht dann gar nicht mehr arbeiten, weil wir dann insgesamt mehr Kohle haben, aber dann fehlen dir erstens halt Pensionsjahre und zweitens halt diese Absicherung. Okay, dann gehst du halt nicht mehr arbeiten oder machst halt nur noch einen Minijob, das ist gut und schön, aber wenn dann irgendwas ist mit Scheidung oder sowas, Frauen in die Küche von Hobbychrist. Hobbychrist, ich kenn dich, ich weiß, dass das Sarkasmus ist, aber das ist eine harte Grenze. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte, du hast mich aus dem Konzept gebracht. ja, keine Ahnung, steuerliche Vorteile, wenn du als Party beanspruchst, dann mach das, aber mach das auch in Zukunft denkender Weise. So. Nee, eben nicht. Also natürlich spart man beim Ehegattenswirting mehr, wenn einer weniger verdient. Stichwort Sozialstaat. Also, wenn der Mann, um bei Böhmermanns Beispiel von dem gut verdienten Mann und der schlecht verdienten Frau zu bleiben, wenn der Mann 50.000 Euro verdient pro Tag, Kielkensteuer 0 Euro, sehr toll. Äh, 50.000, verbleibender Netzbetrag. Was? Was? Steuerwerte Ehemann. Äh, okay. ... und die Frau 6.000 Euro, dann hat man mit Ehegattensplitting 48.242 Euro auf dem gemeinsamen Konto. Verdient die Frau jetzt aber mehr, also zum Beispiel 35.000 Euro brutto, spart man natürlich weniger durchs Ehegattensplitting, weil wer mehr verdient, wird auch höher besteuert, aber hat am Ende des Jahres natürlich insgesamt trotzdem über 20.000 Euro mehr auf dem Konto. Bro! Weiter geht es mit dem Thema unbezahlte Care-Arbeit, also dem Fakt, dass... Okay, dann ist es einfach nur dämlich. Ja. Ja, äh, verdient nicht mehr Geld, weil je mehr Geld ihr verdient, desto mehr Steuern seien. Frauen eben häufiger zu Hause bei den Kindern bleiben, diese Arbeit erstmal nicht bezahlt wird und natürlich, wenn man dann nur in Teilzeit arbeitet, man auch insgesamt weniger verdient. Was erstmal ein total valider Punkt ist, über den man diskutieren kann. Aber das Ganze wird dann vom Magazin Royale vermischt mit dem Thema Scheidung und auch hier wird wieder einiges unterschlagen. Dass es beispielsweise bei einer Scheidung in der Regel einen Versorgungsausgleich gibt, wird in der ganzen Sendung mit keinem Wort erwähnt. So ist es nämlich zum Beispiel in der Realität so, dass Rentenpunkte oder auch Rentenanwartschaften von Ehepartner 1 und Ehepartner 2 sich angeguckt werden und dann teilweise einzeln halbiert und auf den anderen übertragen werden. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ich werde im Folgenden alles etwas vereinfacht sagen, weil ich eben kein Anwalt bin. Das sollte euch klar sein, wenn euch das tiefer interessiert, lasst euch da beraten oder guckt das selber nach. Außerdem können Frauen in Deutschland durch sogenannte ehebedingte Nachteile nach einer Scheidung erhebliche Ansprüche auf Unterhalt geltend machen. Also auf Deutsch, wer zum Beispiel nachweisen kann, dass sie durch das Bekommen und das Aufziehen von Kindern gewisse Karrierechancen nicht wahrnehmen. Ja, Alicia, aber die Frau bekommt trotzdem kaum Rente, weil sie im besten Fall nicht bis kaum gearbeitet hat. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es einfach nur, okay, du beanspruchst diese steuerliche Geschichte und zahlst weniger Steuern, wenn deine Frau nicht arbeiten geht. So, aber wenn sie arbeiten geht, dann zahlst du mehr Steuern. Aber wenn sie arbeiten geht und mehr Geld verdient, dann hast du all in all am Ende des Tages oder am Ende des Jahres hast du immer noch mehr Geld. Das ist dann einfach nur dämlich. Okay. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, wenn die, das trifft dann aber auch auf den Mann zu. Also, es geht halt einfach nur darum, okay, wer ist der Besserverdienende und der andere Part geht dann halt nicht mehr arbeiten. Dann spart man sich am meisten Steuern. Feierle, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Die Rente wird quasi halbiert von beiden. Ja, ja, safe. Auf jeden Fall. Na, aber das ist dann, also in dem Fall ist es dann genau das Gleiche, wie wenn du dann einfach sagst, ja, okay, es geht darum, wer sind die bestverdienendsten Männer in dem Land? Männer namens Matthias. So, keine Ahnung. Verdiene ich jetzt weniger als Matthias? Nee, nicht unbedingt. So, aber halt irgendwie, irgendwas, irgendwas, irgendwas ist es schon dran. So, äh, Frau bekommt die gleiche Rente wie der Ehemann? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn sie geschieden sind? Wenn sie geschieden sind, dann bekommt sie ja nicht das, was der Ehemann bekommt. Ähm, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn jetzt meine Frau besser verdienend wäre, äh, besser verdienen würde, dann lassen wir uns scheiden, bekomme ich dann die Rente von meiner Frau? Das ist so kompliziert, kann das geltend machen. Auch der sogenannte zuge... Und safe, ich bin mir sicher, dass du, dass du da lauter Zusatzzahlungen und sowas halt bekommst, ne? Und dann teilst es davon, okay. Äh, ich bin mir sicher, dass du Zusätze und sowas halt davon bekommst, das geht ja um die, um die faktisch direkte Auswirkung so von dem. Angenommen, du bist in, so, du hast jetzt geheiratet, keine Ahnung, im Jahr 2024, dann, äh, bist du zehn Jahre lang zusammen verheiratet und sowas, du hast ein Haus gemeinsam, du hast Kinder gemeinsam, du hast einen Hund, du hast Katzen, du hast was weiß ich, was ist ein Goldfisch und dann scheidet ihr euch oder lasst ihr euch scheiden, aber der Kredit läuft ja immer noch weiter. So, den Kredit müsst ihr halt beide bezahlen, weil einer alleine kann sich den nicht leisten. Ähm, dann ist entweder der eine gearst oder der, äh, oder der andere ist gearst, weil der muss halt den Kredit dann zahlen, dann im besten Fall willst du ja auch noch, äh, willst du ja auch noch ausziehen, kannst du halt nicht, du hast dort kein Geld oder du hast jetzt die letzten zehn Jahre nicht gearbeitet, weil dein Mann hat jetzt zum Beispiel gearbeitet und, äh, ihr wollt von dem tollen steuerlichen Gesetz, äh, Gebrauch machen und, äh, deswegen hast du nichts gemacht und deswegen findest du jetzt schwerer wieder einen Job und deswegen kannst du schwerer wieder unabhängig werden und sowas. Also das ist, vereinfacht gesagt, ist es halt safe, bekommst du sicher irgendwelche Zuschüsse und sowas und es ist safe nicht so, als würdest du komplett alleine dastehen, aber halt lass dich mal scheiden von jemandem und dann steh wieder auf eigenen Beinen so, das ist in beiden Fällen nicht komplett einfach Gewinnausgleich nach Scheidung dann den Insie-Modus, wurde in der gesamten Sendung mit keinem Wort erwähnt. Also erkläre ich das euch gerne an dieser Stelle mal, damit ihr es mal gehört habt, sofern ihr nicht irgendwie was anderes Dankeschön, Nelly. Schau, spannender Nelly spendet sechs Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, dankeschön. Wenn ihr einen Ehevertrag vereinbart habt, sondern einfach nur geheiratet habt, gibt es einen Zugewinnausgleich. Das bedeutet, wenn ein Ehepartner während der Ehe ein erhebliches Vermögen aufbaut, dann bekommt der andere Ehepartner nach Scheidung die Hälfte. Sprich, ich heirate einen Typen ohne Ehevertrag, wir sind zehn Jahre verheiratet, ich baue während den zehn Jahren zwei Millionen Vermögen auf, wir lassen uns scheiden und er bekommt dann eine Million davon ab. So, nehmen wir uns mal zurück. Wir haben hier also drei sehr essentielle Dinge, die gerade niedrig verdienenden Frauen oder Frauen, die die Care-Arbeit leisten, in einer Ehe Unterstützung bieten sollen oder eben auch Männern, die selbiges tun, Unterstützung bieten sollen. Und by the way, aus dem Grund, verlasst euch nicht einfach auf den Ehepartner oder sowas, ganz egal, ob ihr Mann oder Frau seid und es geht nicht darum, ob du Mann oder Frau bist, es geht wirklich darum, okay, welcher Part verdient mehr, dann wird der andere wahrscheinlich weniger arbeiten. Schaut auch auf euch selber, weil im Worst-Case-Szenario, denkt ihr mal an das Worst-Case-Szenario, im Worst-Case-Szenario, wenn ich jetzt, gut, ich bin jetzt nicht verheiratet, aber angenommen, ich würde mich jetzt scheiden lassen und sowas, dann könnte ich immer noch Geld ranholen, dann könnte ich mir immer noch eine Wohnung holen, dann könnte ich immer noch Lebensmittel mehr holen und so weiter und so fort. Und wenn du in deiner Position sagst, ich kann das nicht, dann machst du irgendwas falsch, beziehungsweise solltest dich darum kümmern, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird. Es ist einfach ein zu hohes Risiko. Und anstatt darüber aufzuklären, vielleicht auch mal die rechtlichen Hürden genau dieser Tatsachen aufzudecken, also Ich sag ja, drum mach dein Ehevertrag. mal konkret zu werden, Menschen auch irgendwie Tipps an die Hand zu geben oder generell über die Wichtigkeit sprechen, sich vor einer Ehe am besten von einem Anwalt oder so beraten zu lassen und einen Vertrag abzuschließen, wird in der gesamten Sendung, meiner Ansicht nach, die Frau einfach nur in eine Opferrolle gedrängt. Alle Formulierungen bleiben vage und kratzen maximal an der Oberfläche. Und da wurde ich noch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel in der Sendung auch unterschlagen wird, dass alleinerziehende Mütter, also Frauen ohne Ehepartner, in Deutschland eigentlich am meisten gearscht sind. Weil da quasi die komplette Absicherung fehlt. Also die Aussage ist ebenfalls maximal geframed. Des Weiteren ist auch diskussionswürdig, um euch einfach mal die verschiedenen Ebenen des Framings aufzuzeigen, dass die Sendung einen sehr kapitalistischen Blick auf die Ehe hat. Was zum Beispiel den ideellen Wert angeht, seine Kinder erziehen und aufwachsen sehen zu können und nicht neun Stunden am Tag auf der Arbeit zu verbringen. Darüber wird nichts gesagt. Außerdem wird zwar viel über Scheidung gesprochen, aber das Thema Sorgerecht kommt komischerweise nicht auf den Tisch. Also in Deutschland ist es zum Beispiel Entscheidungsverfahren vor Gericht wirklich extrem oft die Mutter, die das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommt. Und die Unterschlagung von solchen Informationen spricht für mich persönlich in Waren. Wofür heiratet man sonst? Also wenn du nur aus finanziellen Benefits heiratest, kann man machen, kann man machen. Wenn du und deine Partnerin oder dein Partner halt dann so veranlagt sind, dass sie einfach sagen, ja okay, mach mal so, dann ist es gut und schön, aber keine Ahnung. Also für mich, ich würde auch irgendwann mal heiraten in den nächsten paar Jahren. Also lang wird es auch nicht mehr dauern bei mir, aber nicht, weil das irgendwie mehr Geld bringt oder sonst was. Das ist eigentlich eh egal. Weiteres mal dafür, dass man hier einfach das Konzept Ehe als frauenfeindlich framen wollte. Brauchst du die Ehe, um deinen Partner zu lieben oder Kinder groß zu ziehen? Nee, brauchst du nicht. Aber du brauchst doch keine romantischen Dates und du brauchst keine, I don't know, keine Rosen zum Valentinstag kaufen und sowas. Aber trotzdem ist es halt nice. Von der Ehe profitieren hauptsächlich gut verdiente heterosexuelle, Achtung, Cis-Männer. Und da sind auch die ganze Zeit so komische Fakten drin, wie die Andeutung, dass man ja heiraten muss, wenn man will, dass der Partner was erben kann. Nein? Noch eine Info, die ich euch hier gratis gebe. Ihr könnt in Deutschland innerhalb von zehn Sekunden ein handschriftliches Testament schreiben, was dann gilt. Ihr müsst nicht mal eine Notar konsultieren. Also wenn ihr wollt, dass Lieschen Müller aus der Nachbarschaft euer ganzes Vermögen erbt, dann schreibt das einfach auf einen kleinen Papierzettel, macht eine Unterschrift drunter und ein Datum und dann... So einfach geht's auch nicht. Also es gibt... Also natürlich geht's so einfach, aber es gibt auch Pflichtanteile, die gewisse Erben bekommen. Dann ist euer Testament so. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber... Ja. Ungefähr. Geritzt. Aber ohne, dass ich jetzt noch weiter auf dieses Video eingehe, vielleicht habt ihr bis jetzt grob verstanden, was ich mit Framing meine. Genauso... Also ich glaube, wir reden da teilweise ein bisschen aneinander vorbei. Mir ist schon bewusst, dass das wahrscheinlich sehr... Also die Aussage von ihm ist korrekt. Wahrscheinlich profitieren am meisten weiße Cis-Männer von dieser steuerlichen, ehelichen Geschichte und sowas. Aber das ist ja nicht darauf ausgelegt. Es gibt sehr, sehr viele Pärchen, bei denen dann die Frau profitiert und das hat halt nichts mit der Hautfarbe zu tun. Es hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es hat nichts mit irgendwas zu tun, was halt da erwähnt wird. Sondern es ist halt einfach nur, okay, demografisch gesehen, wer profitiert am meisten davon? Ah, weiße Cis-Männer. Warum? Weil wahrscheinlich sind am meisten weiße Cis-Männer diejenigen, die in höheren Positionen sind und sowas. Und dann kannst du quasi nichts dafür. Aber das ist dann kein Gesetz, was quasi für dich arbeitet als weißer Cis-Mann. Es hört sich halt so an, als würdest du dann sagen, ja, okay, du gehst jetzt eine ehrliche Partnerschaft ein und ich bekomme dann bessere Vorteile dadurch als meine Frau. Warum? Weil ich ein weißer Cis-Mann bin. Das ist halt irgendwie nicht das, was du halt da rausholen möchtest. Also das ist das, was sie kritisiert. Genauso die ganzen negativen Aspekte und sowas und ja, auch hier mit Sorgerecht und sowas. Das ist sehr kompliziert. Aber ja, mein Tipp, wenn ihr heiratet oder wenn ihr einen, oder generell in einer Partnerschaft seid, achtet euch, achtet auch auf euch selber und lasst euch nicht abhängig machen von eurem Partner slash eurer Partnerin. Weil falls irgendwas passiert und ihr steht alleine da und ihr seid ohne euren Partner am Ende, so, ja, aber auch so wurde es im Video von Böhemann erklärt, ja, warum ist es dann notwendig, dass du das halt dazu sagst, ne? Habe ich zum Beispiel auch im Cancel Culture Video empfunden. Also man spricht hier zum Beispiel über gerissene Medienanwälte, lässt aber weg, dass es auch krasse Frauen in der oberen Liga der Medienrechtsanwälte gibt. Zum Beispiel Stephanie Wendt, die Jerome Boateng im Fall Kascher-Lehnert vertreten hat oder Julia Betzenberger, die Größen wie Bushido oder Schirin David vertritt. Hm, hat wahrscheinlich nicht mehr aufs Bild gepasst. Da wäre es doch sonst Diversität immer so wichtig. Naja. Okay, ich schweife ab, aber irgendwie war dieses Video auch sonst so weird. Also in dem Cancel Culture Video wird sich halt sehr viel über Medienrechtsanwälte beschwert, die... Vielleicht sehe ich das anders, wenn ich die komplette Sendung sehe, aber ich verstehe schon, was sie meinen. ... kleine Parteien verklagen, um die Mund tot zu machen. Und einer dieser Anwälte, die hier kritisiert werden, auf dem Bild, ist zum Beispiel für Jan Böhmermann selbst schon tätig geworden. Nämlich Christian Scherz. Und ja, das ist der aus der Kanzlei Scherz-Bergmann, die Till Lindemann und Rammstein im Fall Ro Zero vertreten. Dennoch, obwohl das ja so ein großer Fall war in den letzten Monaten, kommt Christian Scherz meiner Auffassung nach in dem gesamten Video recht glimpflich weg. Und das führt mich zum nächsten Kapitel. Kapitel 3, Doppelmoral. Ja, vielleicht habe nur ich das Gefühl, aber irgendwie kommen mir das ZDF-Magazin Royale und Jan Böhmermann in seiner Moderation in den letzten Monaten irgendwie vermehrt herablassend vor. Gefühlt schwingt bei ganz vielen Folgen der erhobene Zeigefinger mit. Und das stößt mir, glaube ich, besonders auf, weil die Kritik immer nur für die anderen gilt. Und damit meine ich übrigens nicht, dass man zum Beispiel ein kritisches Video über Fleischhersteller Tönnies macht, und dann aber in gefühlt jeder Folge Böhmi brutzelt irgendein Gericht mit Fleisch kocht. Offensichtlich habe ich kein Problem mehr mit Fleisch zu essen. Ich habe auch großen Spaß, dass ich Fleisch zu schneiden und das zuzubereiten. Ich koche heute Rinderroulade. Jetzt wird heute gegeneinander Königsberger Klopse gekocht. Rindfleisch scharf gebraten. Es gibt heute Chicken Tikka Masala. Ich habe Angst vor Tofu. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine andere Dinge. Vielleicht sollte ich das an der... Ey, ich denke, bei Fleischkonsum ist es recht interessant. Also ich bin auch definitiv dessen, ich bin mir auch definitiv dessen bewusst, was für Auswirkungen im Fleischkonsum und sowas halt hat, auf die Welt und auf die Tiere obviously, die man verspeist und sowas trotzdem. Also meine Freundin zum Beispiel ist vegan und trotzdem bin ich nicht vegan. Vielleicht werde ich irgendwann mal vegan. Keine Ahnung. Muss man schauen, wie das ist. Aber ja, also grundsätzlich, ich bin niemand, der viel Fleisch so, also ich sage jetzt mal, absichtlich isst. Mir ist es relativ egal, ob ich Fleisch esse oder nicht. Wenn es zum Beispiel meine Freundin kocht, dann, also ich könnte mich 365 Tage im Jahr vegan ernähren, nur ist mir, nur bin ich eigentlich ein Mensch, der eigentlich, ich esse alles. Ich esse alles. Also wenn ich, wenn ich drauf schaue, was ich, was ich einkaufe und dann absichtlich halt quasi, gewisse Sachen halt auslasse oder sowas, das möchte ich persönlich nicht, aber wenn halt für mich gekocht wird, dann ist es einfach so ein Gemütlichkeitsding. Also wenn jetzt deine Mom für dich einen Gemüseeintopf macht, keine Ahnung, und der ist zufällig vegan, denkst du dir dann, ah, das ist ein veganes Gericht, was ich hier konsumiere? Nee. Dann denkst du dir, ah, das ist lecker Gemüse von meiner Mom. So, aber halt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann kaufe ich mir auch hin und wieder mal Fleisch, weil es mir schmeckt. Ich stelle mal kurz einschieben. Böhmermann als Person der Öffentlichkeit und Böhmermann mit seinem Format sind ... Ich heiße nur rohe Eier- und Hackfleisch. Gibt's ja auch solche Mädchen, ne? Kannivor. Ist das korrekt oder ist das jetzt ein Blödsinn? Das wäre aber nichts für mich. Für mich oft ... Und das ist sicher urteuer oder nicht? Nicht so wirklich zu trennen. Und so wirken sich Dinge, die der Satiriker privat oder eben auch im Namen seiner Sendung privat macht, irgendwie auch immer auf die Sendung selbst und deren Authentizität aus. So zum Beispiel auch im noch aktuellen Gerichtsfall Jan Böhmermann gegen Imker. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, in einer Sendung vom November 2023 hatte das ZDF-Magazin Royal dem Imker Rico Heinzig Greenwashing oder Beewashing vorgeworfen. Und hier mal als kleiner positiver Einwurf, also diese Folge zum Beispiel vom ZDF-Magazin. Würdest du auf künstliches Fleisch umstellen, weil es auf den Markt kommt? Ja, klar. Halte ich für extrem unterschätzt. Keine Ahnung, warum die noch keine Millionen Views hat. Und es war tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen der letzten ... Also ich, wenn ich Fleisch esse, dann esse ich es wirklich nur, weil ich den Geschmack und die Konsistenz und sowas halt, also das Feeling quasi mag. Ich esse auch Gurken, weil ich Gurken gerne mag. Weißt du, was ich meine? Da ist mir relativ egal, wo es herkommt. Richtig gut auf. Außer jetzt solche Geschichten wie Insektenmehl oder sowas, das finde ich ekelhaft. Bin ich ehrlich. Also das ist dann ... Alles, was mit Insekten zu tun hat, das muss ich nicht unbedingt essen. Gebaut, valide Kritik, Missstände aufgedeckt, humorvoll und knackig verpackt. Ganz dicke ... Bienenfleisch. Muss man ja auch mal sagen. So, nun ja, aber auf diesen satirischen Vorwurf an Imker reagierte einer der erwähnten Imker, nämlich Rico Heinzig, mit einer satirischen Werbung zurück. Führender Bienen- und Käfer-Experte empfiehlt. Bee-Washing Honey. Dazu das kritische Gesicht von Jan Böhmermann. Und so recht ich Jan Böhmermann in der Folge über das Bee-Washing auch gebe, so muss ich sagen, dass ich persönlich dennoch der Überzeugung bin, dass man eine solche satirische Werbung als Antwort auf die Sendung aushalten können sollte. Schon irgendwie. wo ich ihm recht bin. Darüber entscheidet am 8. Februar das Landgericht Dresden. Denn Böhmermann hatte den Imker auf diese Werbung hin im Allverfahren auf Unterlassung. Okay, okay. Okay, ach so, das ist ein echter Honig. Boah, das ist dann auch schwierig. Ich dachte, das ist nur so ein Joke. Wenn ich jetzt als Joke einen Post mache, yo, hier, Böhmermann-Honig und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das Gericht gab dem Imker recht. Schau dich an. Schau dich an. Böhmermann hat verloren. Wenn es ein echter Honig ist, naja, aber da steht satirische Werbung. Na, ja. Ja. Wenn es ein echter Honig ist und Jan Böhmermanns Gesicht ist darauf, dann sage ich, ja, okay, Jan Böhmermann, gebe ich hier recht. Aber wenn es eine Joke-Werbung ist und kein echtes Produkt, dann ja, dann, Bruder, dann musst du das echter Honig für echte Männer. Danke dir, Finkel. Danke. Dass das ein bisschen komisch kommt, wenn man sich erst im November in der Cantle Culture Folge über die aggressive Abmahn- und Klagekultur von budgetstarken Parteien mit gutem Rechtsbeistand gegen, ja, irgendwie kleinere Parteien mit vielleicht weniger Budget und Rechtsbeistand eschauffiert hat, das muss ich wahrscheinlich nicht erklären. Und auch mit dem beliebten Sprichwort, wer austeilt, der muss auch einstecken können, hat das nicht mehr viel zu tun. Aber thematisieren wir doch an der Stelle gleich noch eine weitere Anwaltspost, die Jan Böhmermann im letzten Jahr verschickt hat. Ich zitiere hier mal wortwörtlich aus dem RND. Sein Anwalt, also Jan Böhmermanns Anwalt, Christian Scherz, das ist der, der in dem Video noch als einer der Bösen dargestellt wurde, verschickte sowohl an das Portal Korrektiv, aber offenbar auch vorsorglich an die Weltredaktion, einem Unterton drohendes Anschreiben, wie es in der Welt heißt. Dieses stellt demnach Unterlassungsansprüche gegen jeden in den Raum, der behauptet, dass Böhmermann bei den besagten Treffen eine Vertraulichkeits- oder Verschwiegenheitserklärung abgegeben oder sich daran nicht gehalten habe. Die Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann hat auf eine Anfrage des RND nicht reagiert. Und wer sich jetzt fragt, was, worum geht's, nix verstanden, ich erkläre es euch jetzt, aber dafür müssen wir ein wenig in der Zeit zurück. Das hier ist Julian Hessenthaler, Erstratzieher des Videos um die Ibiza-Affäre von 2019. Also vielleicht erinnert ihr euch an dieses Video, das ist von 2017 und zeigt unter anderem den damaligen Vizekanzler Österreichs. Das sieht man nicht auf dem Bild, das ist der HC Strache, das ist der Johann Godenus, das sieht man auf dem Bild gerade nicht, aber hier sitz ich. Wie er sich vereinfacht gesagt zu erheblicher Korruption und einer verdeckten Übernahme und Kontrolle von Medien bereit zeigt. Also ein Video, welches nach der Veröffentlichung im Mai 2019 quasi Österreichs Regierung gestürzt hat. Kann man schon so sagen, ja, ja. In einem Interview mit Thilo Jung offenbarte dieser besagte Julian Hessenthaler, dass er das Video, um möglichst viel Reichweite zu erzielen, vor der Veröffentlichung im Mai zunächst auch Jan Böhmermann und seinem Team angeboten hatte. Böhmermann war halt jemand, der Interesse an Österreich bekundet hatte regelmäßig. Also dachte ich mir, Böhmermann idealer Kandidat und dann war halt der Zufall da, dass Jean eben bei Böhmermann auch noch arbeitete und der meinte, er kann einen Termin organisieren und der Termin hat dann auch stattgefunden in Köln. War dort, habe ihm also die Umstände erklärt, habe ihm erklärt, worum es geht, auch das mit der Quelle, also mit dem Bodyguard. Böhmermann hat recht klar gesagt, recht schnell, er will damit nichts zu tun haben. Also will er nicht, interessiert ihn nicht, kein Interesse, danke, Wiedersehen. Ach so? Ja, ja, war recht deutlich in seiner Aussage. War sogar eigentlich relativ, weil ich weiß noch, ich war relativ sauer, weil ich mir gedacht, wozu komme ich da extra her? Das hätte man auch irgendwie vorab abhandeln können. Nachdem Böhmermann dieses Video und die Recherchen drumherum entschieden abgelehnt hatte, fand im April 2019 die Romy-Gala statt, auf welcher Jan Böhmermann dann folgende Ansprache hielt. Liebe Romy-Gäste, hallo Ostmark, mein Name ist Dr. Jan Böhmermann. Ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronenzeitung übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann. Aber darüber darf ich leider öffentlich nicht reden, deswegen schon gar nicht heute Abend. Darum sage ich einfach nur Danke. Und vielleicht könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Ja, das haben wir schon in dem Info gesehen. Also es war halt quasi so, yo, wir haben hier einen fetten Skandal. Haben Sie Interesse daran, diesen Skandal quasi publik zu machen? Böhmermann sagt, nee, überhaupt kein Bock. Dann heißt es, yo, wir gehen mit dem Skandal hier online und dann heißt es im Vorhinein noch schnell, ah ja, ich weiß übrigens auch davon und ich bin da auch, ich habe da Hintergrundinfos und sowas und das ist dann schon ein bisschen unangenehm. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, das so zu machen. Vielleicht war es ein bisschen zu groß. Vielleicht hatte Böhmermann auch in der, oder Böhmermann generell so das ZDF-Neo-Magazin, wie auch immer, hatte auch ein bisschen Angst vor den Konsequenzen. Das ist ja, das ist ja, da steht ja richtig, richtig viel dahinter. Also IB2 ist ja extrem fett gewesen und du musst es auch mal schaffen, ein ganzes Land so, oder die Politik so auszuhebeln, auf einmal mit einem Video. Ja, keine Ahnung. Schon eine ekelhafte Aktion von Böhmermann und gefährlich. Es ist halt, ich weiß nicht, ich würde mir auch vor Arsch verkommen. Ich sage es euch, wie es ist. Wenn ich jetzt sage, yo, ich habe ein heftiges Exposed-Video über Alicia Joe und ich gehe damit zu Jan Böhmermann und Jan Böhmermann sagt so, nee, kein Bock, Alicia Joe, die ist heilig und sowas und dann höre ich, wie Jan Böhmermann da irgendwelche Andeutungen auf mein Video und sowas macht und dann denke ich mir, ah, okay, ja, Bro, ist das nicht nur recht. Das, was Jan Böhmermann da auf der Romy-Gala sagt, das ist ... Stimmt, aber mit dem türkischen Präsidenten legt er sich an. Da war auch irgendwas, ne? Da war auch irgendwas. Ganz klare Anspielung auf ... Vergesst es, dann nehme ich das zurück. ... auf das Ibiza-Video und auf das, was im Ibiza-Video passiert. Das war aber bis dato ja noch nicht öffentlich. Und für Julian Hessenthaler ist diese Aussage bei der Romy-Gala von Böhmermann in diesem Moment natürlich taktisch extrem ungut gewesen. Ja, ja. Bin wieder gefahren und dann, ich weiß noch, sechs Tage später gab es diesen berühmten Auftritt, wo er da irgendwie so liebe deutsche Huren, äh, österreichische Hurenkinder oder irgendwas, lieber Ostmark, ich sitze gerade irgendwie zugekogst, Red Bull, gedankt mit ein paar FPÖ-Freunden in der Romy-Gala auf Ibiza und verhandle über die Übernahme der Kronenzeitung. Aber mir ist halt, mir ist alles runtergefallen. Also ich war halt, ich war in Schockstarre, weil mir war klar, also jeder, der das hört und dort anwesend war, versteht jetzt, dass da irgendwas ganz übel falsch gelaufen ist, wenn jemand wie Böhmermann diese Art Infos hat. Mir wurde nachher gesagt, er hat wohl damit bezwecken wollen, dass irgendwie die Veröffentlichung voranschreitet. Das kann man bis zu einem gewissen Grad vielleicht nachvollziehen, nur da muss ich ehrlich sagen, dann hätte ich zumindest von ihm erwartet, dass er sich im Nachgang irgendwie hinstellt und irgendwie eine Fürsprache nimmt für uns, weil tatsächlich er wusste, dezidiert, dass wir Absicherung für eine Quelle suchten. Und das hat er unterlassen, stattdessen hat er irgendwie mit der Story da gespielt, indem er irgendwelche Countdowns auf irgendeiner Website veröffentlicht hat und irgendwie sich groß gemacht hat auf der Story, so à la hat Böhmi das gemacht oder wie auch immer was. Von dem Moment an war es halt out of control. Also ich hatte schon eine Planung, um die letzten Tage da irgendwie noch letzte Maßnahmen, Schritte, Sachen zu machen. Das war halt dann alles irgendwie im Eimer. Also ich habe dann, bin ins Auto gesprungen und habe dann Wien verlassen und habe mich irgendwo in den Bergen verbarrikadiert noch ein paar Tage und bin dann über die Grenze und nie wieder zurück nach Österreich und habe halt sehr viele Loose-Sends gelassen, die ich normalerweise nicht hätte lassen wollen und die nicht nötig gewesen wären, wenn der Herr Böhmermann sich nicht eingebildet hätte, er muss bei der Rommigala irgendwie den Kuhlen raushängen lassen. Du bist wegen Böhmi geflüchtet. Ja, tatsächlich ja. Und was hat das jetzt mit der Anwaltspost zu tun? Julian Hessenthalers Kontakt bei Böhmermann war damals Jean Peters, der hat damals wohl bei Böhmermann gearbeitet, heute arbeitet er beim Korrektiv. Und das Korrektiv hatte 2023 einen ähnlichen Artikel verfasst zu dem, was Julian Hessenthal auch im Interview mit Thilo Jung sagt. Und in dem Artikel beschrieb das Korrektiv eben genau diesen Fall, also dass es eigentlich eine Vertraulichkeitserklärung gab, von wegen, dass diese Info nicht an die Öffentlichkeit darf, aber dann Böhmermann diese Bombe hat platzen lassen auf der Rommigala und dass das für Julian Hessenthaler blöd war, bla bla bla, vereinfacht gesagt. Hä? Das klingt doch erstmal nach ganz normalem, nicht verbotenem Journalismus. Es gibt Hinweise und die prüft man dann und dann recherchiert man und dann berichtet man darüber. Äh, danke Jan, aber nicht ganz. Böhmermann mahnte das Korrektiv dementsprechend an und zwar mit der eben schon beschriebenen Post, dass er bei dem Treffen mit Hessenthaler eben keine Vertraulichkeits- oder Verschwiegenheitserklärung abgegeben hätte. Es wird als... Ja, es ist halt relativ wurscht in dem Moment. Ich verstehe, ich verstehe, okay, da geht es halt um die Kleinigkeit, okay, hätte ich das sagen dürfen oder hätte ich das nicht sagen dürfen, aber im Endeffekt ist es halt irgendwo auch eine moralische, oder was heißt moralische Frage. Das ist natürlich, also wurscht, was du jetzt von der Situation halt hältst, ähm, er, er hat sich aber so ein bisschen so hingestellt, so als, yo, ich weiß, dass da was passieren wird und dies, das und dann im Nachhinein sagt man, so wie, äh, irgendwer, ähm, Daryl Lovida hat vorhin geschrieben, äh, dachte damals wirklich Böhmermann hätte das aufgedeckt. Ähm, hab mir ja relativ, äh, lange nicht gewusst, wer das auch war, ne? Äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass das irgendwann mal rauskommen wird oder sowas, keine Ahnung, ähm, aber, ja, es ist halt, wenn du weißt, was für ein riesiges Ding das ist, Full Homo, dann solltest du dich vielleicht zuerst, I don't know, ich weiß es nicht, das hätte man auch irgendwie anders lösen können, da kannst du eine Zeitung hochhalten oder irgendwie sagen so, ah, haha, ich weiß davon Bescheid und sowas und dann, äh, na, rückblickend kannst du quasi zeigen, ah, schau mal, da am 24.01. hab ich das schon gewusst. Also, drüber gestritten, ob Böhmermann Hessenthaler Vertraulichkeit zugesagt hat oder nicht. Aber, was irgendwie bei diesem ganzen Streit vergessen wird, wenn man sich mal rauszoomt, ist es doch scheißegal. Also, ich persönlich würde sagen, ja, das wollte ich damit sagen, ja. Es ist komplett wurscht, ob man eine Vertraulichkeits- oder Verschwiegenheitserklärung unterschreibt. Es gibt ja sowas wie Moralverständnis oder aber auch einen Pressekodex, der zum Beispiel auch, ja, empfiehlt, dass man Quellen oder sensible Quellen oder sensible Daten schützt. dass man zum Beispiel nicht einfach Informationen rausposaunt und dabei gewisse Quellen in Schwierigkeiten bringt. Und genau das ist in meinen Augen passiert. Julian Hessenthaler hat sich mit diesen sensiblen Informationen ans Magazin Royale gewendet. Die wollten die Story nicht bringen und haben aber dann sozusagen durch Jan Böhmermann, ne, eher als Privatperson, diese Infos trotzdem rausposaunt und damit die Quelle erheblich gefährdet. Und ich halte dieses Rühmen mit Informationen, die man vorher abgelehnt hat, für eine sehr uncoole Aktion. Aber das könnt ihr natürlich anders bewerten. Kapitel 4 Spaltung. Mittlerweile ist das ZDF Magazin Royale aus der Winterpause zurück und ich hab mir mal das neueste Video genommen und daraus ein paar Szenen zusammengeschnitten. Ihr könnt ja Wenn man ehrlich ist, hat Mimi das mit den Belästigungsvorwürfen gegen Apo und Leon auch nicht eingehalten. Safe. Das war auch nicht ein cooler Move. Das war auch alles andere als cool und im Nachhinein er hat sich zwar auch dafür entschuldigt, also so wie ich das jetzt verstanden habe, anders als Jan Böhmermann, aber genau, es war auch überhaupt nicht cool. Muss man auch ehrlich so sagen. Und ich bin großer Mimi-Fan. Ja, mal schauen, ob euch was auffällt. Deutsche AutofahrerInnen. Deutsche AutofahrerInnen. Uns AutofahrerInnen. Deutschlands wichtigste Benzinjournalisten. Von uns gebeutelten AutofahrerInnen. JournalistInnen glauben immer, die über Handels... Okay, es geht um... Mann, Alicia. Alicia. Ich weiß, sie ist schwer gegen das Gendern. Ich weiß es, ich weiß es. GottleserInnen. Hm, der braune, Landliebe-Sahnepudding, für den keine Kühe, sondern Milchbauern gemolken werden. Jetzt verschiedene Investoren. Die Tag- und RastpächterInnen. Natürlich zurück von uns AutofahrerInnen. Liebe Weltredakteure. Es wird gegendert. Naja, obwohl, nee. Es wird extrem inkonsequent gegendert. Auffällig vor allem, zumindest wirkt es auf mich so, alles, was eher als böse konnotiert ist, wie zum Beispiel Investor, Weltredakteur oder Milchbauer, das wird nicht gegendert und alles, was neutral bis positiv besetzt ist, AutofahrerInnen, das wird fleißig gegendert. Wobei man auch dazusagen muss, ich glaube, der Joke mit dem wir melken jetzt die Bauern, das war schon korrekt. Kann natürlich ein doofer Zufall sein, aber ganz ehrlich, bei einer riesigen Redaktion und einem Millionenpublikum ist das ein ziemlich blöder Zufall. Gendersprache. Das weiß ich nicht. Das ist wirklich schwer, da müsste ich mir mehr Content ungefiltert quasi von Jan Böhmermann anschauen. Kann sein, dass das so ist, kann sein, dass er das so macht und sowas, aber das kann ich so anhand, man kann es auch übertreiben, ich weiß nicht, das kann ich jetzt so anhand von den paar Clips nicht so, kann ich jetzt nicht sagen, ja okay, da stehe ich 100% dahinter, weißt du? Das ist eine Sache, die das Land schon seit Jahren spaltet. Egal ob zu Recht oder zu Unrecht, de facto gibt es Menschen, bei denen dieses Thema extrem polarisiert. Warum Gendersprache bezogen auf die Grammatik, aber auch bezogen auf die Herkunft und bezogen auf die Integration und von Minderheiten eigentlich diskriminierend ist und scheitern wird, das habe ich bereits in diesem Video hier erläutert. Boah, ich weiß echt nicht, ich weiß echt nicht, also mir ist relativ Wayne, wie das so steht, ich denke mir, also im Sinne von mir ist es egal, was ihr dazu sagt, im Endeffekt kannst du den Lauf der Zeit da eh nicht ändern. Ich denke mir, sehr, sehr viele Schulen und Universitäten und sowas verpflichten dich halt dazu, zu gendern und demnach werden das halt Leute machen, ob es ihnen gefällt oder ob es ihnen halt nicht gefällt und auch in der Arbeitswelt wird das halt, scheiß, es gibt halt so gewisse Sachen wie, du schreibst jemanden an, sehr geehrte Damen und Herren, obwohl du dir eigentlich denkst, servas hier dummen Idioten, ne, sowas, und vielleicht könnte gendern, jetzt nicht, dass ich das befürworte oder dass ich dagegen bin oder was auch immer, vielleicht könnte gendern auch so ein Teil davon werden, dass halt so viele Leute das machen oder so viele Leute das halt verpflichtend gemacht haben in der Schule, in den Universitäten, bei irgendwelchen Tests und sowas, weil es gibt dann Punkteabzüge und das passiert halt wirklich, ne, also ich kenne viele Leute, die studieren und die halt, ähm, oder, die noch, naja gut, viele Leute kenne ich nicht mehr, die in die Schule gehen, aber, ähm, ich kenne Leute, die studieren oder in die Schule gehen und die sagen dann auch so, ja, okay, wir müssen halt gendern, weil es ist halt einfach so, ne, ähm, obwohl es ja nicht im Lehrplan steht, ihr wisst, was ich meine, dass es halt irgendwann mal so integriert wird in die Gesellschaft, dass du es halt nicht mehr rausbekommst, ich weiß nicht, ab wann gendern ein Erfolg wäre, Erfolg wäre ja, okay, die Leute einigen sich darauf, dass wir gendern oder dass wir nicht gendern, aber das wird nicht passieren, ich glaube nicht, dass es passieren wird, zumindest nicht in den nächsten 40 bis 60 Jahren, äh, sondern die Leute werden sich sträuben dagegen und entweder es wird gemacht oder es wird halt nicht gemacht, im Endeffekt, es wird halt bei extrem vielen großen Outlets gemacht, wie halt von deinen Lehrern oder von dem ZDF Magazin Royale oder halt generell im Fernsehen oder von großen Medien Outlets oder so, ähm, genau, äh, kann das nicht einfach jeder so machen, wie er will, warum regt man sich da so auf, äh, so sehe ich das genau, ich sehe das genauso, äh, aber ich denke nicht, dass es viel, also es gibt auf jeden Fall viele Leute, die, ähm, sehen das anders und wie gesagt, wenn du das halt machen willst oder wenn du sagst, yo, ich möchte nicht gendern und du schreibst einen Artikel für deine vorwissenschaftliche Arbeit oder sonst was und du kriegst dann Minuspunkte oder wirst du einfach schlechter benotet, weil du halt nicht genderst, ähm, dann ist es unfair und dann ist es halt nicht korrekt, solange es halt nicht im Lehrplan steht. Wenn es im Lehrplan steht, du musst gendern, dann, natürlich werden die halt die Lehrer anhand des Lehrplans, ähm, bewerten. Weise ich an dieser Stelle gerne nochmal drauf hin. Umso mehr Stö- Das finde ich halt dann scheiß, wenn sich Lehrer, aber das ist halt generell so ein Thema, wenn sich Lehrer oder Lehrkräfte oder wie auch immer, Professoren das Recht herausnehmen, ihre eigene Meinung da mit einfließen zu lassen in den Stock. Du führst das natürlich auf. Weil ich hab das auch schon gemacht. Ich hab auch schon in der Schule Sachen gesagt vor meinen Lehrern, die ich überhaupt nicht so sehe oder die ich einfach scheiße finde, weil ich weiß, dass der Lehrer eine gewisse Einstellung zu gewissen Themen hat. Und es ist mir dann egal. Ich mach das, weil ich brauch eine gute Note. Was der Lehrer dann in zehn Jahren macht, ist mir sowas von egal, Bruder. Wenn Rundfunkanstalten, Rundfunksender, öffentlich-rechtlich... Gibt in Deutschland keine Schule, wo Gendern vorgeschrieben ist? Ja, es ist nicht vorgeschrieben, aber es passiert. Das ist halt das Ding. Die von der gesamten Gesellschaft bezahlt werden, sich über all diese Fakten hinwegsetzen und nach Lust und Laune inkonsequent des Todes und abseits jeglicher Logik gendern. Kein Wunder, dass Zuschauer, die ja auch noch in großen Teilen dem Gendern kritisch gegenüberstehen, das wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, Befürworter voll und ganz 10%, Lehne voll und ganz ab 6%, bis sie däppert. Das da auch so schwankt, ne? Da wütend werden und eventuell sogar eine Agenda vermuten. Denn es bleibt ja nicht beim Gendern. Ich hab euch im Laufe dieses Videos schon gezeigt, dass es zum Beispiel bei einem Thema wie der Ehe zu starkem Framing kommt. Die armen Frauen, die bösen Männer. Und zugegeben, wenn ich jetzt wirklich nur den Abschnitt meines Videos hier über das Video vom Magazin Royale zur Ehe nehme, dann ist das, was ich hier gerade sage, absolut kleinkariert. Das weiß ich selber. Aber es ist die Summe aller Dinge. Wenn man sich viele Folgen des ZDF Magazin Royales anschaut, dann schwingt da immer ein ähnlicher Unterton mit. Zumindest empfinde ich das so. Es wird zum Beispiel in einem anderen Video ein wissenschaftlicher Konsens konstruiert und Worte vertauscht, um auf Biegen und Brechen Menschen mit Kritik am Selbstbestimmungsgesetz oder Menschen mit Fragen in der Transdebatte als Scheißhaufen zu diffamieren. Außerdem habe ich euch anfangs gezeigt, dass zum Beispiel der Begriff Nazi sehr inflationär verwendet wird. Und das alles in Summe in noch ganz vielen anderen Videos, die ich jetzt nicht alle rauspicken konnte, was den Unterton betrifft. Das schreit für mich persönlich nach Twitter-Wokeness. Und ab jetzt ist es wirklich meine ganz persönliche Meinung, aber ich möchte es einfach mal sagen. Damit das klar ist, Twitter-Wokeness, so bezeichne ich es jetzt im Folgenden, ist für mich nicht gleichbedeutend mit der Wokeness des 20... Ja, es ist immer noch immer ein Lisa-Jo-Video. Noch 10 Minuten. Das ist die Jahrhunderts. Als Woke noch für ein wachsames... Noch 10 Minuten. Ey, Beast Mode, Dankeschön. Beast Mode spende 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Beast Mode hat geschrieben. Ey, Kaiser, willst du nicht einfach den deutschen öffentlichen, rechtlichen Rundfunk übernehmen? Kaiser for President. Ja, ich arbeite dran. Ich habe gerade mit Jan Böhmermann telefoniert vorher. Er hat gesagt, ja, es ist für ihn grundsätzlich kein Problem. Es ist nur wichtig, dass ich nicht mehr auf Elisa-Jo reagiere. Deswegen, das war es jetzt leider mit der Reaction. Na, Spaß. ...sein für mangelnde soziale Gerechtigkeit oder Rassismusstand. Twitter-Wokeness ist schon lange ideologisiert. Bei Twitter-Wokeness geht es um Virtual Signaling, also die Zur-Schaustellung moralischer Werte. Bei Twitter-Wokeness geht es um die fortwährende Verengung des Korridors der politischen Korrektheit. Bei Twitter-Wokeness geht es um den Glauben, dass jeder Missstand auf der Welt auf strukturelle Unterdrückung und das Patriarchat zurückzuführen sei. Bei Twitter-Wokeness geht es um die Glorifizierung der Opferrolle. Und bei Twitter-Wokeness geht es um die Überzeugung, dass jeder, der Kritik an dieser Ideologie hat, ein Menschenfeind oder Nazi ist. Meine persönliche Interpretation. Ich habe das jetzt auch sehr runtergebrochen. Also für die Intellektuellen unter euch ist das... Ja, Twitter ist... Für die Intellektuellen unter euch... Twitter ist ein sehr heftiger Bammel, wo viele Leute sehr viel... Twitter ist super zum Meinungsäußern. Das ist schon richtig. Aber... Ach ja. Hier wird echt unironisch Wokeness und Ideologie benutzt, apropos Framing. Ja, naja, es geht um Twitter. Also grob zusammengefasst, ich habe auch das ungefähr das gleiche Gefühl. Es geht in beide Richtungen auf jeden Fall. Aber das, was Alicia Joe da mitbekommt, ist auf jeden Fall nicht, ich sage es mal, aus der Luft geschnappt oder sowas. Ich denke, viele Leute haben ein Problem damit anzuerkennen, dass andere Menschen andere Meinungen haben und sind sich dann darin bestärkt, wenn sie halt in eine Gruppe beitreten, wo andere Leute genau so, ich sage es mal, eingeschränkt denken wie sie. Das muss jetzt nichts mit Wokeness zu tun haben. Das ist genau, Twitter ist halt einfach generell toxisch, sondern es ist egal, was für ein Thema du halt hast. Leute finden sich halt dahingehend wieder, dass sie die Gemeinsamkeit suchen, andere Leute zu exkludieren und diese Leute dann halt runterzumachen mit was auch immer. Du sagst dann einfach, jo, das ist ein Nazi, jo, das ist ein Rechtsradikaler, das ist ein Vollidiot und das ist ein AfD-Wähler und das ist ein keine Ahnung was und das geht recht einfach und das geht recht schnell und recht simpel und da fühlt man sich selber besser und irgendwann mal merkst du, dass du so weit diesen Pfad runtergegangen bist, dass du halt niemand mehr um dich herum hast. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es mangelt wirklich an Gesprächen in der Gesellschaft. Vermutlich auch kein neuer Gedankengang. Es gibt schon sehr lange Kritik am Postmodernismus von Foucault oder Derrida, aber wir sind hier nicht in der Uni-Vorlesung, sondern in einem YouTube-Video. Müsst du auf Knudels solche Debatten führen, glaubst du? Deshalb halte ich es einfach, nur damit ihr es mal gehört habt, ich habe mich schon tiefgehend mit diesem Thema befasst. Was ist also meine These? Das ZDF-Magazin Royale bietet sich in den letzten Monaten und Jahren einem beunruhigenden Trend an, der sich schon längst von Wissenschaftlichkeit, von Rationalität und von echter sozialer Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung entfernt hat. Und wenn dann rauskommt, dass der Moderator selbst in der Vergangenheit übelst politisch unkorrekte Witze gemacht hat, dass hinter den Kulissen ein Imkerbetrieb für eine Satire... Ich habe das jetzt immer noch nicht gecheckt, ob das... Er bewarb einen neuen Bee-Washing-Honig mit dem Namen Gesicht des Satirikers. Ja. Na, also wenn es ein echtes Produkt ist, nochmal, dann gebe ich am Böhemann hier recht, dann verstehe ich nicht, warum er vor Gericht verloren hat. Weil Satire-Produkt, gut und gerne, er macht es gerne, aber ich sehe es auch nicht an, warum mein Gesicht auf einem Produkt sein muss oder warum mein Gesicht auf einem Produkt ist, das ich nicht bewerben möchte. ... tierische Antwort verklagt wird oder dass ein Rammstein-Anwalt eingeschaltet wird, um das Korrektiv zu korrigieren, dann werden die Leute skeptisch. Und wer aufmerksam im Netz unterwegs ist, der findet in letzter Zeit genau solche Kommentare in YouTube-Kommentarspalten oder auf Reddit. Diese Art von Spaltung und Wut auf öffentlich-rechtliche Formate ist eigentlich das Letzte. Es war nichts an Gesicht. Ah, okay. Was wir in der aktuellen Zeit noch gebrauchen können. Wisst ihr, in diesem Land gibt es echte Nazis. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob man deutschen Staatsbürgern den deutschen Pass wegnehmen kann. Es gibt Menschen, die in Kreisverbänden oder höher in der Politik sitzen oder saßen, die demokratiefeindliche, transfeindliche, antisemitische oder sexistische Aussagen von sich geben. Ich will euch jetzt mal sagen, warum das Skript für dieses Video hier schon seit über einem halben Jahr auf meinem Desktop lag und warum ich mich schwer getan habe mit der Fertigstellung. Weil ich es nicht mehr gefunden habe. Ich stimme mit vielem, was das ZDF-Magazin Royale sagt, überein. Ja, vermutlich tummeln sich durch Elon Musk auf Twitter mehr Nazis. Vermutlich gibt es auch irgendwo Nazis unter radikalen Feministinnen. Vermutlich stecken hinter der Goldindustrie auch Menschen mit rechtsextremen Ansichten. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass wenn man pauschal jeden und alles in eine Ecke stellt, man genau die Leute verliert, die sich irgendwo anders oder in der Umgebung, aber nicht in der rechtsextremen Bubble befinden. Du findest Gold gut? Du bist ein Nazi. Du findest ein, zwei Sachen, die Elon Musk sagt richtig? Du bist ein Nazi. Du fragst dich, wie wir mit gewissen Fragen in der Debatte um Transidentität umgehen sollen? Du bist ein Nazi. Das ist Spaltung. Ja, ich glaube, worauf diese Taktik halt abziehen, ist, dass Menschen sich gar nicht mehr trauen, sich dahingehend zu äußern und dann einfach besser gar nichts sagen. Du sagst gar nichts, du wirst halt in irgendeine Ecke gestellt, in der du halt nicht bist oder in der du nicht sein möchtest, weil viele Menschen können es sich halt auch nicht leisten, als, ich weiß nicht, öffentlich zum Beispiel als rechtsradikal betitelt zu werden aufgrund von irgendeiner völlig belanglosen Sache. Da übertreibt es jetzt gewaltig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es mit dem Gold auf sich hat und sowas. Also die Grundaussage, die Kernaussage ist nicht schlecht. Die Kernaussage ist nicht schlecht. Viele Punkte in dem Video, sag ich euch ganz ehrlich, waren ein bisschen zu weich, waren ein bisschen zu weich. Ich meine, es geht jetzt noch weiter, schauen wir uns trotzdem noch zu einem an. Aber ein paar Punkte waren zu weich, ein paar Punkte. Bin ich auch nicht 100% so d'accord damit, aber all in all ist die Videomessage keine schlechte und das, was das ZDF-Royal-Magazin damit macht, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist halt dieses Aufweichen von Begriffen, die eigentlich extrem hart sind und die tatsächliche Probleme in der Gesellschaft dann einfach wegwischen. Und das ist genau das, was echte Nazis wollen. Wenn ihr nur einen einzigen Satz, Ja, ja, auf Twitter passiert das zehnmal schlimmer, als sie gerade beschrieben hat. Was ihr im gesamten Video mitnehmen wollt, dann bitte den Folgenden. Während politisch linke oder woke Menschen und Medien, wozu ich jetzt mal das ZDF-Magazin reue aufgrund der vorangegangenen Analyse zähle, während die immer mehr Menschen ausgrenzen, die ihnen nicht mehr woke genug sind, ne, der Korridor für Political Correctness verengt sich, man darf das nicht mehr sagen, man darf kein Gold mehr toll finden, dann ist man Nazi, man darf Elon Musk nicht cool finden, dann ist man ein Nazi und so weiter. Also immer mehr Leute werden von dieser Seite ausgeschlossen. Ihr seid nicht mehr woke genug, ihr seid nicht mehr links genug. Und während das passiert, nehmen die auf der anderen Seite jeden mit Kusshand. Die nehmen jeden, jeden mit Kusshand, der sich auch nur ansatzweise von der Seite ausgegrenzt fühlt. Und was passiert dann? Wir sehen es bildlich vor uns. Hier werden Leute wir schieben diese Menschen ab nach Norwegen. Leute ausgegrenzt, du bist nicht links genug. Und hier werden Leute rübergeholt, rübergeholt, angefüttert, mit irgendwelchen Parolen ins eigene Lager geholt. Natürlich entsteht ein Strom nach rechts. Und gerade die, die wirklich ganz extrem auf dieser Seite sind, wir reden jetzt von Rechtsextremen, die warten doch nur darauf, dass konservative Menschen oder sogar Menschen mit linken Ansichten, die aber mit ein, zwei Meinungen anecken, sich nicht mehr gehören und gesehen fühlen und bei der nächsten Wahl das Kreuz bei ihnen machen. Das versteht doch ein Kindergartenkind, die Dynamik dahinter. Hier also mein Lösungsansatz. Satire war ursprünglich mal gedacht, um die Sorgen des kleinen Mannes ernst zu nehmen und nach oben zu treten. Nicht? Ja, sie hat recht. Also sie hat recht, wenn du Leute exkludierst, dann werden sie sich nicht in Luft auflösen, sondern sie gehen woanders hin. Sie gehen dorthin, wo Platz ist. Und wenn du Menschen, die eigentlich, das ist ja das Problem, du bekämpfst ja oftmals nicht Menschen in einer komplett anderen Richtung, oder was heißt komplett anderen Richtung, mit einer komplett anderen Einstellung, sondern einfach nur mit überlappenden Einstellungen und versuchst nicht, die Zusammenhänge zwischen den beiden überlappenden Stellen aufzuzeigen, sondern versuchst halt die Stellen, die sich nicht überlappen, schlecht zu machen und runter zu machen und distanzierst dich halt von diesen Leuten, weil du entweder Angst hast, selber dann irgendwann nochmal exkludiert zu werden oder weil du dich einfach zu sehr in deiner eigenen Meinung verrannt hast. Und es geht ja auch nicht darum, schau, ich habe auch gewisse politische Meinungen zu gewissen politischen Themen und es ist mir sowas von egal, wenn irgendjemand anders anders denkt, weil ich ganz einfach weiß, dass es kommt nicht, es kommt nicht vor, dass Menschen 100% genauso sind wie ich und das wäre auch nicht gut. Oh ja, für mich wäre es super, aber es kommt nicht vor, dass Menschen genauso sind wie du, deswegen versuch halt die Gemeinsamkeiten zu suchen, anstatt diese Menschen auszugrenzen. Wenn ich, ich bin sicher, die einzige Person vielleicht auf der Welt, die exakt diese Meinungen zu diesen Themen hat, so wie ich sie habe, wenn du mir jetzt irgendein Thema gibst, du gibst mir jetzt das Thema Kinderpinguin, dann habe ich eine Meinung dazu, und genau in der Anreihung quasi wird das nicht jeder andere Mensch haben und das ist okay so, das ist gut so. Um mit einem belehrenden Zeigefinger dem Zuschauer die Welt zu erklären. Die Alternative zu rechts ist nicht woke. Die Alternative zu rechts und woke sollte ausgewogene, rationale und wissenschaftliche Arbeit sein, die dann gern auch mit Humor gewürzt werden kann. Ja, Kritik ist legitim, Kritik ist aber für keinen Menschen angenehm. Und wenn die Kritik dann gegendert und undifferenziert daherkommt, mit den Worten du bist ein Nazi anfängt und damit endet, dass man die Schuld dem Patriarchat und dem Cis-Mann in die Schuhe schiebt, dann wird sich wohl kaum irgendjemand dieser Kritik annehmen. Im Gegenteil. Die betroffenen Menschen wissen ja von sich selbst in ihrem Weltbild, dass sie keine Nazis, keine Sexisten und keine Transfeinde etc. sind. Und deshalb prallt eine solche Kritik einfach ab. Und nicht nur das, das Feindbild Medien, die da oben, die die alle über einen Kamm scheren, wird verstärkt. Der Zuschauer fühlt sich ausgegrenzt, unverstanden und machtlos. Das alles hier, das gesamte Video, war natürlich Kritik auf sehr hohem Niveau. Kritik, die ich jetzt anhand des ZDF-Magazin Royals abgehandelt habe, weil man hier wirklich exzellente Beispiele findet, Kritik, die aber natürlich auch für jegliche andere Medien gilt. Um jetzt auf einer versöhnlichen Note zu enden. Natürlich gibt es auch heute noch unzählige, wirklich sehr gute Beiträge vom ZDF-Magazin Royals. Folgen, die sehr differenziert sind, folgen, die drastische Kritik an Politikern aller Parteien üben, folgen, die über echte Probleme aufklären und folgen, die heftig und wirklich nach oben treten. Es gibt also sehr gute Arbeit, die nicht verwässert werden sollte, weil an anderen Stellen unsauber gearbeitet wurde. Sonst bekommt man auch bei guten Folgen, das Gefühl, immer alles gegenchecken zu müssen. Ich würde gerne wieder sagen können, ja, das ZDF-Magazin Royals ist meine absolute Lieblingssendung. Stattdessen muss ich in letzter Zeit immer rumstammeln und sagen, ja, sie haben wirklich gute Folgen, aber manchmal greifen sie auch echt ins Klo. Aber, und das muss man auch mal erwähnen, vielleicht ist das auch einfach der Prozess des Erwachsenwerdens und des medienkritischen Denkens. Deshalb freue ich mich jetzt auf eure Kommentare unter diesem Video. Bleibt bitte konstruktiv und rational. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, das ist ganz wichtig, könnt ihr kostenlos mit einem Blick tun und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Wahnsinn, dass wir das durchgestanden haben, oder? Okay, pass auf. Ich denke, dieses Video hat sehr viel Auswahlkraft und hat sehr, sehr viele Beispiele genannt, die ein bisschen präziser hätten sein können. Das auf jeden Fall, also wie gesagt, bei manchen Themen bin ich euch ehrlich jetzt ein bisschen zu weich gewesen. Bei manchen Themen muss ich euch nicht hundertprozentig zustimmen und sowas. Es ist auch nicht notwendig, wie gesagt. Es geht darum, ja, zum einen ist das halt alles staatlich, oder was heißt staatlich finanziert, GZ-finanziert, deswegen sehe ich ein, dass Leute sich zum Beispiel darüber aufregen, dass man, keine Ahnung, dass man dies macht, dass man das macht, dass man jenes halt supportet, weil das ist nicht das, was man selber supportet und gleichzeitig wird man dann selber irgendwie runtergemacht, weil man, I don't know, Gold kauft oder sowas. Na, wie gesagt, mit dem Beispiel, das war mir jetzt ein bisschen zu wenig, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die du am ZDF Neo Magazin Royale kritisieren kannst und es gibt definitiv Sachen, die hier ein bisschen zu heftig kritisiert wurden, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die YouTube-Kommentare sagen, es wird auf jeden Fall ein kontrovertes Video, aber dafür sind wir ja da.